Hallo liebe Leute, liebe Wissenshungrige. Willkommen zurück hier bei den politischen Anomalien mit Charles und mir und heute in der zweiten Folge, das ist der zweite Teil von dem Thema Vatikan und der erste ist auch schon auf unseren Kanälen zur Verfügung, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch auch das an, weil im ersten Teil sind wir zurückgegangen auf die Grundlagen vom Vatikan, haben tief in der Geschichte geschaut, vor allem auch in der Antike, über dort verschiedene Aspekte so einbezogen. Und heute wollen wir ein bisschen so in die moderne Zeit gehen, ins 20. Jahrhundert, in diese Machtfragen von politischen Anomalien. Aber nur nochmal so zur Auffrischung und zum Reinkommen, lassen Sie nochmal ein paar Fotos anschauen, die nochmal den Weg zurückweisen in die Antike, im Besonderen in die ägyptische Antike. Da sieht man schon auch wieder erstaunliche Parallelen. Wir hatten es ja schon angesprochen, dieser Bischofsstab, das ist natürlich auch eine ältere Symbolik. Ja, und das ist jetzt natürlich sehr plakativ, jetzt haben wir einen Papst mit Hirtenstab und dann ebenso den Pharao. Interessant, wir haben ja in der ersten Episode darüber gesprochen, was es mit der Mitra, mit der pepsischen Kopfbedeckung auf sich hat, die man hier sieht, die ja einen Fischkopf darstellt und diese Verbindung zum altsumerischen Fischgott irgendwie herstellt. Die Pharaonen tragen ja eine Kopfbedeckung mit Schlangen. Das ist ähnlich, aber es ist was anderes. Und auch da würde ich dann die Frage stellen, wie unterscheiden sich diese Kulte? Ich behaupte einfach, dass diese Dinge sind irgendwie bewusst so gewählt, wie sie gewählt sind. Und wieso haben wir es dann das eine Mal mit dem Herrscher, mit einer Schlange zu tun? Also geistlichen Herrscher, geistlich-weltlichen muss man ja sagen, das haben ja die Pharaonen mit den Päpsten gemeinsam. Und warum das andere Mal dann mit einer Fisch-Symbolik? Das sind auch Fragen, die ich jetzt hier gar nicht beantworten kann. Leider ist diese Sendung so beim Thema Vatikan, dass ich mehr Fragen stelle, als Antworten zu liefern. Ich hoffe, dass keiner von euch, liebe Zuschauer, enttäuscht. Das Thema ist einfach so hochkomplex. Alleine jetzt dieser kleine Zusammenhang, diese Parallele zu den Pharaonen und den Päpsten, da könnte man ganze Bücher drüber schreiben. Und wir können natürlich in so einer Sendung nur die Bereiche anschneiden und sie euch einmal aufzeigen, so als Denkanstöße. Aber das ist ja auch schon ganz viel. Ich meine, was auf jeden Fall offensichtlich ist, ist halt dieser Machtanspruch, den sowohl die Päpste als auch die Pharaonen haben. Die Pharaonen so als Gott-Kaiser, als vergöttlichte Menschen. Und ich meine, das ist halt die Symbolik von dem Hirtenstab. Das ist ja ganz offensichtlich. Also, ich bin der Hirte, folge mir, weißt du, ich bin derjenige, der den Stab hat. Ich bin der Boss, ich weiß, wo die guten Weideplätze sind. Ihr seid die Herde, ich bin der Führer. Ja, und hier ist es auch so interessant. Und dann so ein Papst in seiner Sänfte und dann Pharao in der Sänfte getragen wird. Und also, wer die Ähnlichkeit nicht erkennen kann, ich weiß auch nicht. Natürlich sind die Päpste jetzt auch nicht die einzigen, die pompös in der Sänfte rumgetragen werden. Aber die Päpste sind einfach, die haben ja diesen Anspruch, diesen geistigen und weltlichen Anspruch. Und der ist Pharaonen ähnlich. Und selbst so diese pharaonische Kopfbedeckung, jetzt auch hier auf diesem Bild, sie ähnelt doch in der Form auch entfernte Tiere. Also, man sieht doch einfach, dass das Papsttum diese uralten Wurzeln auch bei diesen alten Hochkulturen hat und damit in Verbindung steht. Bei diesem Bild auch, also dieser Pomp, da ist einfach auch so offensichtlich, wie weit es eigentlich weg ist von den christlichen Idealen. Aber wir haben ja gesagt, wir werden jetzt hier in dieser Reihe oder auch heute jetzt nicht so sehr auf diese ganzen Glaubens- und theologischen Fragen eingehen. Aber allein der schon halt, dieser Kontrast, wir sprechen über Macht und nicht jetzt über Christentum im Sinne von, was ist in deinem Herzen, was du da für eine Beziehung hast. Und hier dann der nächste Ägyptenbezug. Das ist halt der große Obelist auf dem Petersplatz. Das ist übrigens auch wie ein Originaler, oder? Das ist ein Originaler aus Ägypten, ne? Ja, genau. Also tatsächlich muss man sich auch einmal vorstellen. Ich meine, wir wissen nicht genau, was es mit den ägyptischen Obelisken auf sich hat. Und noch weniger wissen wir, was es mit diesem vatikanischen Obelisken auf sich hat. Und wir wissen auch nicht, was es mit diesen ganzen freimaurerischen Obelisken, die dann später in Amerika und Europa entstehen, auf sich hat. Aber eins ist klar. Das sind kultische Objekte, die auf Ägypten verweisen. Und hier steht so ein Ding wirklich im Zentrum des Katholizismus. Und man muss natürlich auch sagen, oben gekrönt vom Kreuz, was ich auch interessant finde, wie man das jetzt ausdeuten könnte. Und ich meine, das Kreuz wiederum steht über einem Stern. Alles Symbole, die eine tiefere Bedeutung haben. Also ein Kreuz über einem Stern, über einem Obelisken oder auf der Spitze des Obelisken. Also die Schöpfer dieser Kunst, die haben sich viel dabei gedacht. Auch hier finde ich, der erste Impuls ist doch, es ist halt ein Machtsymbol. Es ist dieses Zeigen hier, das ist mein Ort, das ist mein Totem. Also hier markiere ich etwas. Und ja, bei der Kirche, beim Vatikan ist halt so dieser universelle Machtanspruch. Eben nicht nur der Bischof von Rom, sondern auch den Erdkreis, der Orbi und ja, der Stern. Also das symbolisiert ja dieses Universelle auch. Das, glaube ich, kommt dort raus und dafür steht auch wohl der Obelisk. Halt diesen Machtanspruch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch die Obelisken bieten wieder Raum für eine ganz eigene Sendung. Interessant auch hier, weil du hast das letztes Mal auch so ein schönes Bild gezeigt oder so eine Karte, wo wir diese Schlüsselloch-Symbolik gesehen haben vom Petersplatz, Petersdom, Petersplatz. Und interessant ist auch, dass dieser Obelisk exakt im Zentrum des Petersplatzes steht. Also da, wo du sozusagen den Schlüssel durch ins Loch einführen musst. Genau dort diese Stelle markiert der Obelisk. Ja, und wenn wir uns jetzt vorstellen, der Obelisk stammt vielleicht aus einer Tradition, wo die Weltachse mit praktisch gezeigt wird. Die Weltachse als kosmologische Achse, so wie sie, wie sie ja auch dann bei acharschen Kulturen haben mit den heiligen Bäumen, dem Lebensbaum, dem Weltenbaum. Der Obelisk ist dann letztlich ein aus Stein geschlagener Baum, wenn man so will. Die Säulensymbolik in der Freimaurerei, es hat ganz viel damit auf sich. Und der ganze Petersplatz und der Petersdom sind als Schlüsselloch angelegt. Natürlich in Anlehnung an diese Schlüssel, die Petrus von Jesus erhalten haben soll. Hoch okkult, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wirklich. Du hast mir übrigens gerade eine ganz feine Perle geliefert. Das habe ich so dem Zusammenhang noch nicht gesehen, aber es passt irgendwie sehr in meine Wahrnehmung auch. Den Obelisken als steingewordenen Baum. Das Bild, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, auch überhaupt die Säulensymbolik. Natürlich, es sind erstmal in den Naturreligionen werden Bäume verehrt. Und die haben eine Symbolik und irgendwann werden die künstlich hergestellt. Steinen. Jaja, kann man sich dann auch fragen, weil der Baum ist ja noch lebendig. Da ist ja noch Leben drin in der Steinsäule, in dem Sinne nicht. Und was das dann über die Religionen aussagt. Und jetzt guess what, wo ich lebe? Ich lebe in Chemnitz, Kamenitze, Ort der Steine. Hier sind die versteinerten Bäume. Aber das ist nochmal anders. Okay, fangen wir fort hier. Aber wir haben jetzt, das war jetzt wirklich nochmal, was wir gerade gezeigt haben, diese ägyptischen Verbindungen. Das war einfach nochmal ein Rückgriff auf die erste Episode zum Vatikan. Wir sind jetzt aber in der zweiten und wir machen jetzt einen riesigen Sprung. Und bevor wir den machen, will ich ein bisschen erklären, warum wir den so machen. Weil ich meine, jetzt kommt eigentlich ja, weil wir waren vorher historisch bei der pepinischen Schenkung und dann waren wir bei diesen ganzen Symboliken rund um die Kopfbedeckung. Und jetzt sind wir im 20. Jahrhundert oder noch am Ende des 19. Jahrhunderts. Warum lassen wir alles dazwischen aus? Ist da nichts passiert? Doch, da ist ganz viel Wichtiges passiert. Das Thema ist nur so umfangreich, so riesig, dass wir gar nicht anders arbeiten können, wenn wir zwei Sendungen drehen wollen, als ganz stark zu selektieren. Und deshalb haben wir uns einfach mal auf drei Bereiche beschränkt. Auf die Ursprünge, dann auf alles, was wir so finden konnten in Richtung kultisch, esoterisch, spannend und auf die Gegenwart. Und wenn ihr da noch Themenwünsche habt und sagt, warum habt ihr das ausgelassen? Warum werden nicht die Borgia-Pepste erwähnt oder die Reformation oder die Kreuzzüge? Oder wir wissen, das ist alles super. Schreibt Kommentare, Frank und ich machen auch noch eine Zukunftssendung und die Themen laufen uns nicht weg. Aber wir haben einfach jetzt selektiert und die Selektion ist so ausgefallen. Und deshalb machen wir jetzt einen riesigen Sprung. Das ist ja ein Sprung von circa 1000 Jahren. Eben gerade waren wir im Jahr 800. Wir machen jetzt einen Sprung ins Jahr 1869. Das sind über 1000 Jahre später. Und da findet nämlich etwas Interessantes statt. Und zwar das Erste Vatikanische Konzil. Es gab ja in der Geschichte der Kirche viele Konzile. Und auf diesen Konzilen, auf diesen Generalversammlungen aller Kirchenoberen, da werden dann wirklich immer die wichtigen Dinge festgelegt. In Glaubensfragen und auch in Kirchenpolitik. Also da wird jedes Mal auf so einem Konzil, da wird die Kirche verändert. Die ist nach einem Konzil niemals die, die sie vor einem Konzil war. Die Konzile ändern die Richtung wirklich, die die katholische Kirche geht. Und jetzt wird hier 1869 das Erste Vatikanische Konzil einberufen. Und da geht es eigentlich darum, wie im Kern, wie die katholische Kirche mit einer Krise umgehen soll. Und zwar mit dieser Krise, dass sie den ganzen modernen Philosophien gegenübersteht. Aus katholischer Sicht alles Irrtümer. Und ich meine, wir haben da die ganze Aufklärungstradition. Den Darwinismus, die moderne Wissenschaft, den Marxismus, den Materialismus. Also die katholische Kirche, die vorher, wenn man das mal ideologisch nennt, einen wirklichen Monopol hatte. Wo höchstens die Ostkirche, der Islam, das Judentum und der Protestantismus irgendwie so Gegenspieler waren. Die sich aber noch trotzdem mit ihrem großen Narrativ haben handeln lassen. Die greifbar waren. Die wie Legosteine, sage ich mal, auch zu ihrem Narrativ irgendwo passten. Da haben sie jetzt durch diese neuen Lehren wirklich andere Narrative, die gar nicht mehr kompatibel sind. Den Darwinismus als beispielsweise oder den Marxismus, den kannst du halt nicht mehr mit dem katholischen Christenverein. Oder die radikale Aufklärung und Vernunftslehre. Und um dieser Krise zu begegnen, wollte sich die Kirche neu ausrichten oder neu finden oder neu justieren. Sie musste sich einfach mal wieder versammeln in einem Konzil und einfach mal schauen, letzten Endes, wie sie dem begegnet. Und da wurden dann mehrere Sachen auf diesem ersten Vatikanischen Konzil festgelegt, die auch schon richtungsweisend sind. Die auch richtungsweisend sind für die Entwicklung, die die Kirche seitdem gemacht hat und auch das zweite Vatikanische Konzil. Politisch muss man noch sagen, das Erste Vatikanische Konzil wurde nie abgeschlossen. Das ist auch interessant. Das wusste ich auch, bevor ich das jetzt nochmal neu recherchiert hatte, gar nicht. Und das fing ja 1869 an. Und ich hatte euch ja gesagt, 1870, dieses besondere Jahr, Deutsch-Französischer Krieg. Neuordnung des District of Columbia in Amerika und jetzt gibt es auch politische Ereignisse in Italien, die ganzen Einigungskriege, also oder diese ganze Bewegung, die freimaurerisch geprägt ist. Und der Kirchenstaat, der wird dann von fremden Truppen, also italienischen Truppen besetzt, die ihn auflösen 1870 und den Staat Italien dann schrittweise schaffen. Das heißt, auch wo politisch der Kirchenstaat komplett in die Krise gerät, das ist auch dieselbe Zeit, wo sich die Kirche inhaltlich diesen neuen Fragen stellt. Und das Erste Vatikanische Konzil, das wollen wir auch nur am Rande behandeln. Es hat aber sowas Interessantes, weil es versucht auch, das Verhältnis neu zu ordnen, des katholischen Glaubens zur Vernunft. Und die Vernunft, das ist ja nicht nur das philosophische Konzept Vernunft oder Aufklärung, sondern wie wir auch zum Beispiel aus unserer Sendung über Washington DC gelernt haben, wo wir auch auf die französische Revolution geguckt haben. Die Vernunft ist auch ein quasi religiöser Kult. Es gab ja auch den ganzen Vernunftskult in Frankreich, also auch da müssen wir mal genauer hinschauen. Ja, was heißt das? Und die regeln ihr Verhältnis zur Vernunft neu. Und unter anderem beschließen sie diese bekannte Unfehlbarkeit des Papstes, wobei man dahin hinzufügen muss, viele Menschen missverstehen das. Die denken dann immer, die katholische Kirche würde sagen, der Papst ist unfehlbar. Das heißt, egal was der sagt, das ist frei von einem Irrtum. Das stimmt so nicht, der Papst, die Unfehlbarkeit bezieht sich auf Glaubensfragen und es bezieht sich auf ganz spezielle Situationen. Wenn er in seinem Amt rituell auf seinem Stuhl sitzt und in gewissen Sondersituationen ein Urteil fällt, dann gilt dieses als unfehlbar. Nichtsdestotrotz hat das auch schon zur damaligen Zeit zu einer großen Entrüstung geführt und es haben sich dann auch Teile der katholischen Kirche abgespalten, kleine Teile. Ich meine, dass man die Altkatholiken nennt, man die, glaube ich. Also es gab dann schon so eine Art Minischisma, wenn man so will. Aber das ist schon mal so eine interessante Neuerung in Bezug auch auf die Rolle des Papstes. Dem wird zumindest in diesen Glaubensfragen und in speziellen Sondersituationen eine Unfehlbarkeit zugesprochen. Ist auch schon mal interessant. Ja, das eigentlich ist, da wertet das den Papst enorm auf, während er gleichzeitig auf der politischen Ebene und auf der Ebene der ausschlaggebenden Ideologien, die die Welt bestimmen, eigentlich der Papst gerade auf dem absteigenden Ast ist, wenn man so will, in dieser Zeit. Also so viel kann man sagen, dass mit diesen Vatikanischen Konzilien sozusagen die Kirche gecheckt hat, okay, wir sind jetzt echt in einer anderen Zeit und wir müssen uns anpassen. Und das klingt ja zunächst erstmal positiv, denkt man sich, ja klar, man muss ja reformen, ist ja nicht verkehrt nach ein paar tausend Jahren. Aber es ist auch eben so eine strategische Idee, also wie du gesagt hast, man hat sich jetzt, klar, man hat sich von vielen älteren Dogmen getrennt, aber man ist noch mächtiger geworden. Das, was wir jetzt hier in dieser Folge, wo wir viel Aufmerksamkeit darauf legen, so diese Macht des Vatikan, auch als politischer Player, das ist ja erst dadurch dann möglich geworden, durch diese Konzilien. Naja, mich erinnert das an einen Parallelvorgang. Die Engländer, die Engländer hatten das British Empire, so weltumspannend, ein Viertel der Erdoberfläche beherrschen sie. Und dann kam es ja dazu, dass das British Empire zerfallen ist. Man könnte jetzt merken, ging auch ihre Macht flöten. Dem ist ja gar nicht so, sondern sie haben dann mehr und mehr, ja durch das Offshore-Banking-System und diese ganzen Geschichten, eine Finanzmacht erschaffen. Ja, sie haben eigentlich nur ihre Macht transformiert. Man stellt sich neu auf, das ist es, man stellt sich neu auf. Das ist super Vergleich, finde ich, aber genau so ist es. Und da war das... Genau, auf den ersten Blick schaut es aus, als ob man Macht verloren hätte, aber man stellt sich neu auf und steht danach vielleicht sogar noch mächtiger oder noch solider da als vorher, weil man sich eben an die neue Zeit und neuen Gegebenheiten anpasst. Genau, und so wie das bei British Empire geschehen ist, unterstelle ich auch mal, ist es in der Krise des Kirchenstaates und des Papsttums auch geschehen. Ja, irgendwo waren sie auf dem absteigenden Ast. Klar, es gab jetzt neue Ideologien. Es gab natürlich starke freimaurerische Bewegungen, die gegen die Kirche wirkten, den Marxismus, den Darwinismus. Ja, sie waren in Bedrängnis und ja, sie haben territorial den ganzen Kirchenstaat eigentlich eingebüßt. Aber sie sind ja nicht dumm. Die Katholiken sind ja, wenn sie eins nicht sind, da sind ja nicht dumme Köpfe, sondern hochgebildete Leute, die im Spiel der Macht nun ja schon wirklich seit über tausend Jahren in der obersten Champions League mitspielen. Und die lassen sich natürlich auch nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen. Und deshalb ist stark davon auszugehen, dass sie im gewissen Sinne sich insofern der neuen Zeit angepasst haben, als dass sie natürlich darauf abziehen, ihre Macht weiterhin auch zu erhalten. Und ich frage mich, ist die langfristige Strategie so, dass sich die Kirche der Moderne angepasst hat? Oder haben sie eine Strategie, die die Moderne der Kirche anpasst? Eine sehr gute Frage, damit ich nur einen Gedanken reinschmeißen, weil genau das ist eine super Frage, Charles, also mal so zu denken. Und da möchte ich nur reinschmeißen, so als kleinen Funfact, wie man heute sagt, die Urknalltheorie, dass es eine Kosmologie ist, das ist das, was in dem Scientificism, also in dieser Wissenschaftskult-Religion, das ist so, auf was man sich heute geeinigt hat, was man so glaubt, wie das Universum der Kosmos entstanden ist. Das Urknalltheorie ist nur eine Theorie, die hat einen Jesuit erfunden. Die hat einen Jesuit erfunden, weil auch da kommst du letztendlich nicht drum rum, im Hintergrund dann irgendwo halt Gott wirken zu sehen. Das ist so ein singuläres Ereignis. Hier plötzlich hat sich das Universum, also Urknalltheorie, hat sich das Nichts, es ist zufällig explodiert. Singuläres Ereignis. Und da lauert dann doch dahinter schon wieder das gute alte Gottes-Narrativ. Und eben auch diese Idee der Heilsgeschichte. Es gibt einen Anfang und dementsprechend gibt es auch ein Ende. Das heißt, diese ganze Urknalltheorie, finde ich, könnte genau sowas sein, so eine Anpassung, also den alten Mythos dann doch noch irgendwie in dieses wissenschaftliche Zeitalter auch mit reinpacken. Und hat sehr gut funktioniert. Die meisten Leute glauben, dass das genauso war. Ja, auf die Jesuiten will ich nachher auch nochmal, wenn wir dann bei Papst Franziskus sind, kurz eingehen, weil deren Wirken ist ja auch sehr interessant, auch Gegenstand, wäre auch nochmal ein Thema für eine eigene Sendung. Und die Frage ist einfach wirklich, seit diesem ersten Vatikanischen Konzil, auf welchem Kurs ist da die Kirche eigentlich? Weil sie ist nach wie vor super mächtig und ähnlich wie ja auch dieses britische Empire mit den Banken verflochten ist, so gibt es ja auch die Vatikanenbank. Das sind auch Banker. Das darf man auch nicht vergessen. Und da hast du ja auch nochmal vor, später eine Anekdote zu erzählen. Also sehr interessant. Der entscheidende Punkt ist, beim ersten Vatikanischen Konzil, es wurde dann halt abgebrochen. Es wurde abgebrochen und dann kam ja auch dann am Anfang des 20. Jahrhunderts die beiden Weltkriege. Es gab ja auch dann den Staat Italien, es gab Mussolini, den Faschismus. Also politisch ist wirklich ja ganz viel passiert. Es gibt auch eine ganz starke Linke in Italien, die natürlich nicht unbedingt papstfreundlich ist. Insofern irgendwie, es ist so eine ganz besondere Scheidezeit. Es ist eine Krise und Chance für die Kirche, sich neu aufzustellen. Ich glaube aber, dass die Kirche das sehr intelligent gelöst hat. Sehr intelligent und nach wie vor super dasteht. Was ganz interessant ist, wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung, ist jetzt kommt es zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Zweite Vatikanische Konzil, das beginnt am 11. Oktober 1962. Das finde ich auch an einem Punkt so interessant. Diese 60er Jahre, diese 60er Jahre, die sind doch in so vielen Bereichen eine revolutionäre Zeit. Also das ist nicht, da findet das Zweite Vatikanische Konzil statt. Da gibt es die 68er Bewegung, die ja von Kalifornien, gut da heißt es ja anders, aber Kalifornien, Frankreich, Deutschland, das findet da überall statt. Ich meine, dass auch die sogenannte Kulturrevolution in China in den 60ern stattfand, wenn ich das richtig zusammenkriege. Der Prager Frühling, wo man versucht hat, als Tschechoslowakei dem kommunistischen Regime was entgegenzustellen. Es ist alles 60er Jahre. Diese 60er Jahre sind ein ganz besonderes Jahrzehnt. Und ausgerechnet dort ist das Zweite Vatikanische Konzil. Oder mal wieder andersherum gefragt, weil dort das Zweite Vatikanische Konzil stattfand, waren ja vielleicht die 60er auch wie sie waren. Kann man mal so provokativ raushauen. Aber auf jeden Fall spannend, weil in der Tat, ich sehe es ganz grundsätzlich so, dass alle politischen Ereignisse und auch Umwälzungen, gerade Umwälzungen, Revolutionen und so weiter, Zeiten großer Veränderung, dem gehen auch immer Veränderungen im Geistigen voraus. Und das ist ja, was wir hier schon thematisiert haben, wir sind einfach in einer neuen Zeit angekommen, Wissenschaften, Philosophien und so weiter. Also im Geistigen hat sich diese Veränderung schon vollzogen und dann muss es halt irgendwie dann auch strukturell im Weltlichen, muss man sich halt dann dementsprechend anpassen. Hier sehen wir noch mal so eine Zeichnung vom Ersten Vatikanischen Konzil 1869 oder 1870. Da hat noch keiner dort Fotos gemacht, zumindest sind mir keine bekannt, aber da hat man dann sowas natürlich gezeichnet. Nur nochmal sozusagen, um eine kleine bildliche Impression zu geben. Und hier beim Zweiten Vatikanischen Konzil, da wurden dann natürlich schon Fotos gemacht. Klar, technologische Entwicklung ist weiter und man sieht schon wirklich, das ist ein pompöses Ereignis. Hier ist es wirklich, hier sind die Köpfe der Kirche, sind zusammengekommen. Also hätte man rein theoretisch da irgendwie in dem Moment eine Bombe gezündet, man hätte den Kopf der katholischen Kirche abgeschlagen. Da waren wirklich alle. Ja, da war dann auch ein jüngerer, Josef Ratzinger war dort. Also da waren auch die späteren Päpste, die waren natürlich dann noch in untergeordneteren Kirchenfunktion dort alle gegenwärtig. Und einberufen hat das Konzil Papst Johannes der 23. So, Papst Johannes der 23. hat das Konzil einberufen. Ja, und das startet, das hat dann ja auch jahrelangen Vorlauf. Also wenn der das einberuft, dann gehen Sendschreiben zu allen Kardinälen und Bischöfen und die bereiten sich auf die Fragen, die dort diskutiert werden sollen, inhaltlich vor. Wir dürfen nicht vergessen, das sind Theologen, das sind hochgebildete Leute darunter. Das ist auch wie so ein theologisch-wissenschaftlicher Riesendiskurs, der dann da stattfindet. Und ein politischer, so ein Konzil ist wirklich ein weltpolitisches Ereignis. Und das wird dann lange, lange vorbereitet und dann findet es tatsächlich irgendwann statt und geht über mehrere Jahre, Tagen, die dort. Haben diese Sitzungsperioden mit Unterbrechung. Also das darf man sich nicht vorstellen, wie jetzt irgendwie das Bundeskabinett in der Sondersitzung mal Sonntagnachmittag und dann wird irgendwie was beschlossen. Sondern das ist wirklich ganz fundiert und langwierig, was die da machen. Und jetzt kommt es dazu, dass dieser Papst Johannes der 23., der stirbt während des Konzils. Der stirbt 1963. Und jetzt wird aber das Konzil nicht abgebrochen, sondern jetzt müssen die auch noch einen neuen Papst wählen. Und die wählen dann Papst Paul VI. Und Papst Paul VI., der führt dann das Konzil zu Ende und setzt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil viele der Ideen und Beschlüsse dieses Konzils auch um. Oder wacht darüber, dass die auch wirklich umgesetzt werden. Und deshalb gilt er sozusagen in der Geschichtsschreibung als der Konzilpapst Paul VI. Eigentlich haben sich aber dieses Konzil, diese beiden Päpste, Papst Johannes der 23. und Paul VI. geteilt. Das nochmal so zum allgemeinen Verständnis all dieser Ereignisse. Und dieser Paul VI., der dann als Konzilpapst gilt, der ist auch ein relativ langer Papst, von 1963 bis 1978. Der ist ganz interessant. Der ist wirklich interessant in seinem Wirken, was er auf diesem Konzil tut und danach und auch davor. Und deshalb werden wir jetzt ein bisschen was zu ihm so einschieben. Und der ist eigentlich geboren als Giovanni Battista Montini. Die Päpste, die nehmen ja dann, wenn sie Papst werden, erst einen Papstnamen an. Es ist eigentlich, heißt er erstmal Montini. Und entstammt einem lombardischen Landadel, also wirklich so einem alten mittelitalienischen Adel. Und Lombardei, das ist ehemaliger Kirchenstaat. Das ist wirklich so, war die Kirchenstaat, alter Adel, der da eh schon mit der Kirche verwoben ist. Und ganz interessant, der war nämlich 1937, war also dieser Montini, der spätere Papst Paul VI., war ein Mitarbeiter. Und da war ein Mitarbeiter bei dem Staatssekretär Pacelli. Und der Staatssekretär Pacelli, das wird später Papst Pius XII., Papst Pius XII., auch eine eigene Geschichte. Das ist dann so Drittes Reich, die Zeit. Und der begleitet dann den Pacelli, der zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht Papst ist, auf verschiedenen Auslandsreisen. Also ist auch gut vernetzt im Ausland aus dieser Zeit. Und später, als der Pacelli dann zu Papst Pius XII. wird, da bekleidet natürlich auch noch Montini, der spätere Paul VI., wichtige Funktion. Es ist ja auch eine lange Karriere in der Kirchenhierarchie, bis man dann irgendwann Papst wird, gegebenenfalls. Und unter anderem untersteht dann, während dieser Zeit von Papst Pius XII., untersteht dem Montini, dem späteren Papst, die päpstliche Hilfskommission für Flüchtlinge. Und diese päpstliche Hilfskommission für Flüchtlinge, das ist die Organisation, die Empfehlungen ausspricht für das Rote Kreuz. Und das Rote Kreuz stellt daraufhin Dokumente aus, mit denen diese Flüchtlinge dann flüchten können. Jetzt kann man sich mal fragen, was sind das für Flüchtlinge und wann und wo, wie flüchten die? Wir reden hier eigentlich über die Nazis, die nach dem Zweiten Weltkrieg oder am Ende des Zweiten Weltkriegs Deutschland und Europa verlassen. Und die werden dann durch diese Kirchen-Connection nach Argentinien geschleust. Nach Argentinien und in anderen Bereichen der Welt auch. Ja genau, das sind die sogenannten Red Lines, die Rattenlinien. Und es ist ja auch so, ich meine, der Faschismus, das Wort sagt es ja schon, kommt aus Italien. Und es ist so, dass es auch auf ganz natürliche Art man sagen kann, die Kurie, die Kirche, der Vatikan, die katholische Kirche hat natürlich enge Verbindungen gehabt, auch zum Faschismus. In Italien ist es fast schon natürlich, weil es sind ja auch dieselben Familien. Du hast gerade beschrieben ja, solche Bischöfe, die dann Kardinäle werden, die dann Päpste werden. Das sind ja in erster Linie eigentlich bis zu dem polnischen Papst sind das ja alles immer Italiener gewesen. Und die kommen aus einflussreichen italienischen Familien und das ist halt so, der eine macht eine Kirchenkarriere und dem sein Bruder ist vielleicht Jurist und wird ein hoher Staatsdiener. Und deswegen allein schon von den familiären Verstrickungen kennen die sich natürlich und haben dort eben Beziehungen. Interessant ist auch, weil wir von den politischen Anomalien sprechen. Im zweiten Weltkrieg, die Amerikaner, die haben all diese Kleinstaaten in Europa auf so eine eigene Liste gesetzt. Weil diese Kleinstaaten, also jetzt Andorra, San Marino, Monaco, die haben alle Neutralität erklärt, haben gesagt, wir kämpfen nicht. Und es wurde auch respektiert, in Monaco ist die Wehrmacht nicht eingerollt. Und von den Amerikanern wurden die aber auch alle auf so eine besondere Liste gestellt, so den kann man nicht trauen. Weil die sind neutral, aber neutral heißt auch, man dealt mit den anderen. Die einzige Ausnahme war der Vatikan, der Vatikanstaat, den die Amerikaner halt akzeptiert haben. Man hat mal gesagt, na gut, das ist halt eine Religion, die müssen neutral sein. Aber das hat dann letzten Endes, vor allem dann auch nach dem Krieg, dem Vatikan diese Sonderrolle zugewiesen, eben so ein Verbinder zu sein zwischen Kräften der alten Ordnung, eben dem Faschismus in Italien. Aber sie hatten auch Connections eben zu den Amerikanern. Und das ist, was allein dann schon eben so eine besondere Rolle der Vatikan dann inne hatte, eben, dass man die Connections in viele Machtbereiche hatte. Und später kommen wir dann vielleicht noch dazu, nach dem Vatikanischen Konzil, wie es da weitergeht, Selbstverbindungen dann hin zu nochmal anderen Kräften. Aber ja, das ist eine spannende Geschichte. Es ist halt interessant, dass der Papst Pius XII. dort eine dubiose Rolle in dieser Zeit gespielt hat, von Mussolini und Hitler, das ist altbekannt. Auch das Verhältnis zu Deutschland natürlich hochinteressant. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da größer drauf eingehen, aber das ist natürlich auch ein ganz besonderes Verhältnis. Erzähl, was du weißt. Naja, ich meine, da hatte man ja einen eigenen Schutzvertrag abgeschlossen mit den Nazis. Das, wie heißt es gleich nochmal? Das Konkordat. Das Konkordat, ganz genau. Ein Deal, wo Hitler den Katholiken garantiert hat, dass sie in Deutschland geschützt sind und ihre Religion ausleben können. Und umgekehrt, halt auch da wieder der Deal, hat dann vielleicht der Vatikan halt Hitler so, jetzt nicht unbedingt den Segen gegeben, aber halt so, okay, wir akzeptieren auch eure weltliche Macht. Und vor allem, weil, wenn man sich eben in diesen Zeitgeist zurückversetzt, aus vatikanischer Sicht, aus katholischer Sicht, natürlich der größte Feind, die größte Bedrohung der Bolschewismus war. Und eben auch in Bolschewismus ist dann eben die sowjetische Form. Aber schon vorher diese ganzen revolutionären Bewegungen in Europa, die ja die ganzen, die alte Ordnung durcheinandergeworfen haben. Aus Sicht vom Vatikan waren diese Kräfte natürlich bedrohlich. Und dann hat man eher letzten Endes mit den Faschisten, konnte man eher zurechtkommen. Am deutlichsten wird es dann auch in Kroatien mit den Ustacher Brigaden, die ja dann direkt gegen Andersgläubige gekämpft haben. In dem Fall gegen die orthodoxen Serben und so weiter und gegen Muslime. Aber ja, das ist ein erstaunliches Verhältnis. Eins muss man auch noch sagen, so ein Sonderfall in Deutschland ist, das ist mit der Kirchensteuer. Was damals in diesem Konkordat auch schon abgemacht wurde. Das gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, in keinem anderen Land oder in keinem Land von Bedeutung, was irgendwie größer ist, dass der Staat für die Kirche die Steuersache übernimmt. Das ist auch eine Besonderheit. Und wer weiß, vielleicht hat auch das Einfluss auf so ein besonderes Verhältnis, dass man Deutschland, Hitler damals nicht so stark eingegriffen hat, wie das im Nachhinein viele fordern und sagen, hey, warum habt ihr da nichts gemacht? Ich meine, da passieren diese ganzen Kriegsverbrechen und ihr macht mit denen noch irgendwie Geschäfte oder seid diplomatisch mit denen verankert. Aber im Nachhinein ist es sowieso dann immer einfacher zu sagen, in der Zeit war halt, die Kirche hat halt Connections in alle Richtungen. Und das ist letztens ja auch einfach ihr Selbstverständnis als universeller Herrscher oder zumindest einen universellen Wahrheitsanspruch. Da müssen sie auch mit allen Richtungen irgendwie Kontakte halten. Also inwieweit in der sogenannten Bundesrepublik überhaupt noch Nazirecht gilt in verschiedenen Bereichen, das ist ja sowieso nochmal ein gesondertes Thema. Ich meine als Beispiel, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Also habe ich eine Urkunde, so staatlich in Anführungsstrichen beglaubigt hier in der BRD. Das ist auf Grundlage eines Gesetzes der Nationalsozialisten von 1937, dem Heilpraktiker geschaffen. Nur mal so als Beispiel, wo man das jetzt gar nicht vermuten würde, jetzt denken würde. Oder unsere ganze Gesetzgebung zum Thema Mord. Diese ganzen Dinge, die erfüllt sein müssen, ich glaube wie Heimtücke und niedere Beweggründe, damit ein Tötungsdelikt als Mord gilt, ist Nazi-Justiz. Und viele, viele andere Dinge, aber da wollen wir heute nicht näher drauf eingehen. Interessant ist ja aber auch, die Nationalsozialisten haben ja auch die Gruppen verfolgt, die auch eigentlich dem Vatikan unbequem waren. Kommunisten, Juden, Freimaurer, Sozialisten. Insofern irgendwie, dass die sich im gewissen Sinne auch einig werden konnten, ist jetzt nicht so ganz abwegig. Natürlich musste die Kirche ja auch wirklich ein Balanceakt dann zwischen diesen Mächten, zwischen den Achsenmächten, zwischen Italien, Mussolini und Hitler hinlegen und dem Rest der Welt. Und wie sollte sie sich da positionieren? Also es ist auch eine Phase, da wäre ich nicht gerne Papst gewesen und hätte all diese Dinge entscheiden. Und dann im Hinblick auch auf die Zukunft der Kirche und so weiter. Faszinierend finde ich auch das Bild, was du hier siehst. Ich meine, wir reden gerade über Faschismus, aber das ganze Bild, wenn ich mir angucke, also der Raum, die Ordnung, wie das alles strukturiert ist und so, die Leute haben alles gleiche an, Farbencode und so, das ist nicht weit weg von dem, oder? Was sehen wir denn da gerade hier? Ja, das ist aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und ich meine, wie gesagt, wenn wir uns Nazi-Inszenierungen angucken oder wenn wir jetzt mal in Nordkorea oder China da die kommunistischen Parteien, die haben immer noch so ähnliche Polit-Inszenierungen, wenn wir uns das alles mal angucken. Hier sieht man, wo sie was wahrscheinlich abgekupfert haben. Und es sieht auch wiederum altrömischer aus. Also da sieht man halt auch, die Tradition geht zurück auf das alte Rom. Die wussten auch schon, wie man eben diese Inszenierungen der Macht macht, um dem einfachen Volk zu zeigen, hey, was Herrschaft ist. Und du als einfache Mensch hast einmal gestaunt, so wow, Prunk und so, was einen auch blendet. Die Bildsprache ist enorm. Aber kommen wir nochmal zurück auf diesen Papst Paul VI. Der ist jetzt zu dieser Zeit Ende des Zweiten Weltkriegs oder vorher ist er halt noch dieser Giovanni Battista Montini. Und als solcher wird er von Papst Pius XII. protegiert. Und der hat eben halt diese Verbindung da auch zu diesen Achsenmächten gehabt. Und das finde ich einfach so bezeichnend, dass der spätere Paul VI. dort in diesem Fahrwasser mitschwimmt. Und später, das ist auch interessant, sagt man ihm aber nach, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dass er Nähe hat zum linken Flügel in der christdemokratischen Partei in Italien und auch ein Förderer des Opus Dei ist. Auch eine ganz interessante Organisation. Also es ist aber wie immer beim Vatikan, ähnlich wie bei dem großen Themenkomplex Freimaurerei, von außen ganz schwierig zu beurteilen. Und wir haben immer nur so Fragmente und Puzzleteile müssen die zusammenfügen und uns Gedanken machen und schauen, wie das passen kann. Auf jeden Fall ist er schon eine beachtliche Person, der Paul VI. Und nach dem Tod dann von Papst Johannes dem 23. 1963 übernimmt er halt auch die Leitung dieses Zweiten Vatikanischen Konzils, was übrigens überhaupt auch erst einberufen wurde, unter anderem, weil ja das Erste Konzil nicht zu Ende geführt werden konnte. Das wurde ja durch die politischen Umbrüche abgebrochen und diese wichtigen Fragen der Zeit, die schon das Erste Vatikanische Konzil bewegt haben, die waren ja letztlich immer noch unbeantwortet. Und politisch hatte sich dann ja ganz viel getan. Zwei Weltkriege, Faschismus, Nationalsozialismus, Holocaust, kommunistischer Ostblock und, 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 also auch da, die Kirche musste ja auch mit all diesen politischen Entwicklungen irgendwie Schritt halten und sich da immer wieder neu justieren. In dem Sinne ist es irgendwie total verständlich gewesen, dass noch ein Konzil notwendig war. Und wir hatten in der ersten Sendung ganz viel über diese Kopfbedeckung der Päpste gesprochen. Ich hatte versprochen, wir wären einen weiten Bogenspann und diese kultische Bekleidung jetzt irgendwie mit der Gegenwart in Verbindung setzen. Und das möchte ich genau jetzt tun. Das ist so interessant. In 1964, 1964, als der Paul VI. gerade Papst geworden ist, da legt er symbolisch die Tiara ab. Also wir hatten gesehen, die Tiara nicht zu verwechseln mit der Mitra. Die Mitra ist ja sozusagen die Fischkappe, Fischkopfkappen, Kopfbedeckung. Und die Tiara hatten wir mit dieser Muschelform in Verbindung gebracht. Oder du hättest sie mit diesen Goldhüten aus der Bronzezeit irgendwie symbolisch in Verbindung gebracht. Also es ist wirklich, das ist ja sozusagen die Papstkrone, wenn man so will. Die Tiara, die ja auch durch diese drei Welten, die in ihr symbolisiert werden, wirklich diese Oberherrschaft des Papstes über Himmelreich, Erde und die Unterwelt darstellt. Und die legt er jetzt ab. Paul VI. ist der Papst, der die ablegt. Und er ist auch der letzte Papst, der mit der Tiara gekrönt wurde. Nach ihm wurde keiner mehr mit dieser Tiara gekrönt. Und das ist ja schon, das ist so eine so hochrevolutionäre Handlung. Das wird immer gar nicht beachtet. Ja, da hat die Tiara abgelegt. Ja, das wird dann so interpretiert. Ja, die Tiara war Symbol. Das kommt noch vom Kirchenstaat. Und da waren die Päpste ganz dolle weltliche Herrscher. Und der hat jetzt viel Demut gezeigt. Und zeigt, die Kirche hat jetzt keinen weltlichen Machtanspruch. Und das ist doch Pustekuchen. Das ist doch Blödsinn. Die haben einen riesigen weltlichen Machtanspruch. Nach wie vor. Und dass er das abgelegt hat, das zeigt meines Erachtens etwas Kultisches. Und es wird auf diesem Zweiten Vatikanischen Konzil ja auch der Kult der Kirche geändert. Denn auf diesem Konzil werden ganz viele Reformen beschlossen. Unter anderem auch eine Liturgiereform. Wir können da gleich mal drüber, nochmal näher drauf eingehen. Aber das ist so entscheidend. Der legt die Tiara ab. Und was bedeutet das eigentlich? Das muss eigentlich mal ausgedeutet werden. Ist das wirklich ein Machtverzicht? Oder, sag ich mal ganz salopp, wenn wir zurückdenken an die konstantinische Schenkung, wo es ja hieß, bis ans Ende der Zeit wird dem Pepin diese Macht gegeben. Ist das Ende der Zeit aus diesem inneren Verständnis der Kirche heraus angeeilt? Also tritt das jetzt in Kraft? Sind wir an diesem Punkt? Oder waren wir beim Zweiten Vatikanischen Konzil an diesem Punkt? Das sind so Gedanken und Fragen, die ich dazu habe. Aber ich würde mich interessieren, Frank, wie deutest du das? Ja, hochinteressant. Sehr interessante Fragen. Zunächst sieht es ja so aus wie, ja klar, Tiara ist ein Machtsymbol, dieser Herrschaftsanspruch und man legt ihn ab. Und es passt da auch zu sagen, okay, es gibt auch keinen Kirchenstaat mehr oder zumindest nicht mehr dieses, also es gibt nur diesen kleinen Lateran, aber sonst halt nichts mehr. Ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, aber ich meine, im Nachhinein, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, sehen wir, dass keineswegs jetzt irgendein Machtanspruch abgelegt wurde oder die katholische Kirche jetzt ein neues Zeitalter von einer Bescheidenheit irgendwie eingehen würde. Das ist ja nicht passiert. So im Gegenteil, die Kirche ist ja dann noch wesentlich mächtiger geworden dann in den darauffolgenden Jahrzehnten. Aber was soll das bedeuten, dass man das abgelegt hat? Du hast es so interpretiert, möglicherweise könnte man sagen, es ist jetzt das Ende der Zeit gekommen. Aber laut christlichen, religiösen Verständnis ist ja das Ende der Zeit definiert mit dem Kommen des Messias oder von Christus halt wieder. Also das ist ja die letzte Zeit, was dann das Szenario der Apokalypse einläutet. Und das ist ja offensichtlich jetzt nicht der Fall. Oder wir wären ja irgendwie entgangen, dass man sich jetzt da von Seiten der Kirche auf eine Wiederankunft von Christus geeinigt hätte. Es ist eine schwierige Frage. Hier nochmal, weißt du denn, wie das abgelegt wurde? Ich meine, gibt es da ein spezielles Ritual, wie er das gemacht hat? Wo ist eigentlich diese Tiara jetzt? Ist die an einem Ort irgendwo ausgestellt? Kann man die sehen? Oder ist die irgendwo ganz tief verborgen worden im Keller? Weißt du da irgendwas drüber? Ich meine, dass die jetzt ausgestellt ist. Ich weiß gar nicht, wo man die genau, ich meine, dass man die sehen kann. So ähnlich wie die Kronjuwelen im Tower in London. Ich bin aber nicht sicher. Also ich vermute das oder meine die mal auf einer Abbildung in so einer Vitrine gesehen zu haben. Aber vielleicht erzähle ich auch gerade was Falsches. Da bin ich echt nicht sicher. Und was du gerade gesagt hast, das Ende der Zeiten wäre die Wiederankunft oder die Ankunft des Messias oder das Wiederkommt Christi. Es ist ja interessant, weil es gibt ja Sekten, die in solche Richtungen denken. Und wenn wir dann nochmal nach Israel gucken und dieses Thema Bau des dritten Tempels, da gibt es halt auch Sachen, die in diese Richtung gehen. Aber diese Endzeit-Sekten gibt es ja immer. Das ist auch ein super spannendes Thema. Das stimmt. Die gibt es schon immer. Wir haben es in der letzten Sendung schon angesprochen. Die Jahrtausendwende von 999 auf 1000 hat man auch schon die Erwartung gehabt. Jetzt ist die Endzeit da. Und vielleicht zur Jahrtausendwende wird Christus wiederkommen. Deswegen hat man Bamberg gegründet, um einen schönen Landeplatz anzubieten. Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, über die jüdischen Endzeit-Sekten, auch hier mit Sabbatei-Zwie und so weiter. Das waren alles messianische Bewegungen. Das heißt, das gab es eigentlich durch die Zeit hindurch. Das gab es immer Gruppen, die gesagt haben, jetzt ist die Endzeit. Und manchmal sogar Leute, die sich selbst dann berufen haben, immer als diese zurückgekommenen Messias. Meistens Gruppen, die dann für viel Verwirrung gesorgt haben und oft sehr fanatisch auch unterwegs waren. Das gab es ja schon immer. Aber es ist eine interessante Frage. Siehst du solche Gruppen irgendwo am Wirken in dieser Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils? Es gab diese Dinge schon immer. Da stimme ich dir zu. Was es halt nicht immer gab, ist ein Papst, der die Tiere absetzt. Was es nicht immer gab, war eine jüdische Bewegung, also eine aus dem Judentum erwachsene Bewegung wie der Zionismus, die einen Staat gründen möchte, der Israel heißt und das tut. Was es nicht immer gab, war der Weltkommunismus. Also es gab dann schon ein paar Merkmale, die gab es halt nicht sonst immer. Ob ich das persönlich so wirken sehe, das kann ich so genau gar nicht sagen. Ich stelle Vermutungen an. Wirklich. Ich muss es einfach so zugeben. Diese Sendung über den Vatikan finde ich so umfangreich und man spricht über so zentrale Themen, dass ich mich wohler fühle in der Rolle des Fragenstellers als des Antwortgebers. Ich stelle diese Dinge mal in den Raum, stelle sie zur Diskussion, finde auch, dass einiges dafür spricht, dass das aus dem Verständnis gewisser Gruppen heraus so sein könnte. Aber ich möchte mich da gar nicht festlegen. Ich kann das auch nicht. Aber man kann darüber nachdenken. Unsere Sendungen sollen ja auch viel zum Nachdenken anregen und kann das in einem Zusammenhang stehen. Was dann interessant ist halt, er legt die Tiere ab. Ich muss leider sagen, ich habe mich nicht nachrecherchiert, in was für einem Ritual er das gemacht hat. Aber eine super Frage. Ich gebe sie direkt weiter an unsere Zuschauer. Liebe Freunde, recherchiert mal nach, in wie hat er die genau abgelegt und schreibt Kommentare. Was ich jetzt aber interessant finde, der hat noch mehr gemacht während dieses Konzils, als dass der die Tiere ablegt. Der hat noch zwei andere Sachen gemacht, die finde ich so extrem bezeichnend. Und zwar hat er, also dieses Konzil lief so in mehreren Sitzungsperioden ab. Und am Ende der zweiten Sitzungsperiode, im Dezember 1963, da macht er eine Ankündigung. Und das ist interessanterweise, es ist ja noch vor dem Jahr 1964, also bevor er die Tiere ablegt. Das hätte ich vielleicht in einer anderen Chronologie erzählen müssen. Also bevor er die 1964 ablegt, Ende 1963, da macht er dann mitten auf diesem Konzil eine Ankündigung. Überraschend, oder zumindest scheinbar überraschend. Und zwar sagt er, er will ins Heilige Land reisen. Und zwar im Januar, also vier Wochen später. Und das stellt natürlich da erstmal die alle vom riesigen logistischen, logistischen Problemen, so mitten im Konzil will der Papst das Konzil verlassen und ins Heilige Land. Die haben vier Wochen Zeit, das vorzubereiten und durchzuführen. Das Heilige Land Anfang der 60er Jahre ist auch politisch, ist gefährlich, ist umschritten am Boden. Und er ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. So was muss man da für Sicherheitsvorkehrungen treffen? Das ist super schwierig. Man würde spontan sagen, der kann doch jetzt nicht einfach ins Heilige Land. Doch. Doch. Und nicht nur logistisch. Ich meine, das ist ja auch, muss man auch abchecken mit den lokalen Machthabern. Hey, was sagt der Israel dazu? Was sagen die Muslime dazu, so wenn der Papst dort hinkommt? Weil es ist ja so eine Symbolik. darf der überhaupt auf den Tempelberg hoch? Was ist, wenn der Papst auf dem Tempelberg ist? Das sind ja eigentlich Fragen ganz erstaunlich, dass man sowas innerhalb von vier Wochen irgendwie klären kann. Und jetzt kommt, ja, der Vatikan kann das. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Er macht da eine Pilgerreise hin. So und jetzt kommt's. Er ist der erste Papst, der eine Pilgerreise ins Heilige Land unternimmt. Also bestimmt gab es irgendwelche Päpste, die mal im Heiligen Land waren, aber sie waren nicht im Heiligen Land als Päpste. Vielleicht waren sie vorher da, das weiß ich nicht. So, aber er ist der erste Papst, der da hinfährt. Er ist auch der erste Papst, der die Tiere ablegt. Und er führt dieses Zweite Vatikanische Konzil durch. Und dadurch, dass er da hinfährt, tut er auch was Interessantes. Nämlich auf der diplomatischen Ebene anerkennt er damit den Staat Israel. Der Staat Israel ist ja noch gar nicht lange gegründet. Und der ist hoch umstritten. Man weiß auch noch gar nicht, ob die, ich weiß nicht, wann war der Sechstagekrieg oder Siebentagekrieg? Ich bring's gerade durcheinander mit den Arabern. Das war auch ungefähr so die Zeitspanne. Also der ist noch total auf wackeligen Beinen und völkerrechtlich ja irgendwie so ein bisschen umstritten. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Und ausgerechnet der Papst erkennt den damit an. Den Staat Israel. Und ich finde den Staat Israel insofern etwas schwierig, weil es ist der Staat der zionistischen Bewegung. Es ist nicht der Staat des Judentums. Und damit anerkennt er aus meiner Sicht irgendwo auch eine Legitimität der zionistischen Bewegung. Aber vielleicht bin ich da zu spitz, finde ich. Und jetzt wird's noch besser. Was tut er dort im Heiligen Land? Nachdem er jetzt auch dadurch Israel anerkannt hat, was tut dieser Papst? Er trifft sich mit jemandem. Und zwar trifft er sich mit dem Patriarchen von Konstantinopel. So, wer ist der Patriarch von Konstantinopel? Der Patriarch von Konstantinopel? Der ist das Oberhaupt der Ostkirche. So, und wir haben ja das Kirchenschisma seit dem Jahr 1054. So, 1054 hat sich die Kirche in eine West- und eine Ostkirche gespalten. Und der Streitpunkt war damals eben diesen Vorherrschaftsanspruch, den die Päpste erhoben haben. Haben wir in der ersten Sendung darüber gesprochen. Die Päpste stehen halt über den anderen Bischöfen. Sie sind halt die Bischöfe nach Folge Petri. So, und daran ist letztlich die Kirche zerbrochen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sich die Oberhäupter der Kirche, die haben sich gegenseitig exkommuniziert. Das heißt, die haben sich verdammt, verflucht. Der Papst war aus, die Päpste waren dann alle seit 1054, muss man sich mal reinziehen, waren dann aus orthodoxer Sicht nicht Teil der Kirche. Und umgekehrt. So, und jetzt fährt der also dorthin und trifft den Patriarchen von Konstantinopel. Und was machen die? Die treffen aufeinander und die heben diese Exkommunikation auf. Das heißt, aus theologischer und kirchenrechtlicher Sicht verdammen sich die Kirchen nicht mehr. Das ist noch keine Wiederherstellung der Einheit der Kirche, aber es ist ein riesiger Schritt in die Richtung. Und vielleicht war es in theologischer Hinsicht auch doch irgendwie wieder die, vielleicht war es auch doch eine Wiedervereinigung der Kirche. So genau kann man das gar nicht sagen. Also es ist total schwierig, was das eigentlich bedeutet. Aber man muss mal diese ganze Chronologie an Ereignissen sich angucken, was dieser Papst dort eigentlich tut. Und das in rasender Geschwindigkeit. Da ist dieses Vatikanische Konzil, wo die Kirche praktisch mit der neuen Welt, mit der modernen Welt in Einklang gebracht werden soll, wo sie sich neu ausrichtet. Und dann stirbt der alte Papst, der neue Papst kommt, der legt erstmal die Papstkrone, die Tiere ab. Und der erkennt einen Staat Israel an und er trifft sich mit den Patriarchen von Konstantinopel. Und übrigens Päpste und Patriarchen von Konstantinopel, die treffen sich normalerweise nicht. Also die haben sich das letzte Mal auf dem Konzil von Ferrara im Jahr 1438 überhaupt getroffen. Und da haben sie sich auch weiterhin verdammt. Aber das heißt, seit 500 Jahren sind diese beiden Würdenträger nie aufeinander getroffen. Und das passiert jetzt. Und die heben diese Exkommunikation auf, mitten in diesem Konzil. Hochbeachtlich. Hochbeachtlich. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Wobei man muss sagen, diese Aufhebung der gegenseitigen Exkommunikation, die erfolgt erst 1965. Also nach dem Treffen. Aber man kann davon ausgehen, dass sie auf diesem Treffen diesen Grundstein dafür gelegt haben. Und was ich auch so spannend finde, der Paul VI., der erhebt verschiedene Bischöfe zu Kardinälen. Die werden praktisch befördert. Und unter anderem sind das drei Leute, die er befördert. Und das ist Albino Luciani, das ist Karol Wojtyla und Josef Ratzinger. Und das sind die nächsten drei Päpste nach seinem Tod dann. Das ist Johannes Paul I., Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Das finde ich auch interessant. Das sind die Bischöfe, die er zu Kardinälen gemacht hat. Wo man davon ausgehen kann, da wurde auch hinter den Kulissen in gewissem Sinne eine Nachfolge schon irgendwie bestimmt. Also da bin ich doch höchst skeptisch. Ja, und das ist hochinteressant, weil diese drei genannten Päpste, das sind ja die ersten nicht italienischen Päpste seit Jahrhunderten. Und viele sehen auch dort so eine Front. Nee, auch da, wir sind keine Insider. Das ist absolut schwierig. Aber so grob scheint sich das schon so anzudeuten, dass es halt auf der einen Seite so diese Traditionalisten gab, die sich vielleicht auch vor allem eigentlich aus den italienischen Kardinälen zusammensetzen. Und dann gibt es so diesen reformatorischen Flügel, die die Kirche verändert haben. Und das Interessante ist aber, dieser Papst, der eben diese ganzen Reformen gemacht hat, der Paul war ja Italiener, das hast du ja vorher ausgeführt, der kommt eigentlich aus einer alten Aristokratenfamilie. Und ganz viele von diesen konservativen Katholiken, die sagen halt auf dem Vatikanischen Konzil, da wurde der alte Glauben verraten. Manche Leute gehen da auch sehr weit. Also es gibt auch dann wirklich extreme Flügel innerhalb der katholischen Bewegung. Opus Dei beispielsweise, die ja dann wirklich sagen, dort wurde auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die christliche Seele verkauft. Da gibt es dann verschiedene Narrative an die Juden oder an die Maurerei auch. Allt eben diese Anpassungen an die Moderne. Und ich meine, ich würde mich jetzt diesen Narrativen so nicht anschließen, aber ich kann verstehen, woher ihre Bewertung kommt. Denn tatsächlich hat man dort so viel über Bord geworfen, um sich eben an eine neue Zeit anzupassen. Und das ist alles pragmatisch. Und das ist auch alles genial gewesen, von dem Strategischen her. Aber ich selber bin ja kein Christ und noch weniger Katholik. Aber wenn ich jetzt Katholik wäre, dann würde ich mich schon fragen, so ein Dogma, das ist ja nichts, was man einfach mal über Bord wirft, sondern das sind ja unsere Traditionen. Und das ist, was mich ja definiert als Katholik. Das ist mein Glauben. Und das ist nicht etwas, was man einfach so den Zeitgeist irgendwie anpassen sollte. Sonst sind eben, ein Glauben sollte ja Wahrheiten beinhalten, die über dem Zeitgeist stehen. Also die von Dauer sind, die universell sind. Und während so oder so, egal welche Narrative man da bevorzugt, aber man kann halt sagen, das ist eine sehr pragmatische Herangehensweise, die eben die Kirche dort gezeigt hat. Und ich kann auf jeden Fall so diese konservativen Katholiken in ihrem Denken nachvollziehen, wenn sie sagen, auf diesem Zweiten Vatikanischen Konzil, da wurden ganz viele, ganz viele Dinge verkauft. Manche gehen sogar so weit, da wurde dem Teufel, dem Bösen sozusagen, das man in der Moderne ausmacht, das man auch in der Mauerei ausmacht und so weiter, dass das dort Einzug gehalten hat. Ey, da gibt es so viele Narrative, so viele Gruppen auch. Es ist ein Riesenthema, dieses Zweite Vatikanische Konzil. Aber ich glaube, wir können uns einig sein, man hat tatsächlich, das stellt tatsächlich so einen Bruch dar. Und auch nicht nur symbolisch eben, jetzt irgendwie liturgisch, sondern tatsächlich auch in der Wirklichkeit, in das, was auf unsere Welt wirkt. Denn dieses, nach dem Vatikanischen Konzil, hat sich ja dann auch erst so diese Turbo-Kapitalismus des Vatikans, hat sich erst da dann rausgebildet. Auch das ist ja eins von den alten Werten, die aber schon beim Ersten Vatikanischen Konzil in der Frage standen. Ja, hey, ich meine eigentlich, wir sind Katholiken, wie stehen wir zum Zins? Wie stehen wir zum Wirtschaftssystem? Kann man Zins verlangen, wenn man Geld verleiht? Das war ja früher eben, hat man doch jahrhundertelang, hat man das eben gebranntmarkt und das ist jüdisch oder heidnisch oder sowas. Aber ja, wir sind in einer neuen Welt angekommen. Und man hat viele Reichtümer. Wie passt man sich an dieses Wirtschaftssystem an? Also, ey, das war ja dann auch die Voraussetzung dafür, für das, was da noch kommen sollte. Diese ganzen Geschenkrichten dann mit der Vatikanbank und Banco Ambrosiani. Auch da, die Voraussetzung wurde in diesen Konzil gesetzt, dass man einfach dieses Alte über Bord wirft. Und ja, wie gesagt, viele konservative Katholiken in aller Welt sehen dort in diesem Zweiten Vatikanischen Konzil den entscheidenden Bruch. und viele sagen, dort hat man seinen Glauben verkauft sozusagen an die Moderne und an die modernen Machthaber, wo auch immer die zu finden sind. Also auch politisch, mauerisch, was auch immer so. Es ist auch interessant, es gibt ein Zitat von Paul VI., also ein Zitat, was ihm zugeschrieben wird. Es ist nicht aus erster Hand, es ist nicht ganz hundertprozentig gesichert. Ich glaube, es hat ein Bischof oder ein Kardinal überliefert, dass Paul VI. das irgendwann mal gesagt haben soll. Angeblich hat er gesagt, durch irgendeinen Spalt ist der Rauch Satans in den Tempel Gottes eingedrungen, um die Früchte des Konzils zu verderben. Also soll er im Nachhinein über dieses Konzil gesprochen haben. Und man muss jetzt auch noch mal sagen, Papst Paul VI. ist derjenige, der da viele sehr merkwürdige Handlungen begeht, um es mal so zu sagen. Inwieweit er da wirklich die Macht hatte, inwieweit er Dinge tun musste oder freiwillig getan hat, das wissen wir nicht. Wir sind nicht im Vatikan, wir kennen die Machtstruktur nicht aus der Nähe. Das ist alles fraglich. Oder inwieweit das, was er dann getan hat, ob er dann die Folgen überhaupt so wollte. Es gibt auch konservative Katholiken, die das Zweite Vatikanische Konzil nicht nur verdammen, sondern eigentlich sagen, das hatte einen sehr konservativen Tonus, der aber dann im Nachgang in allem, was aus diesem Konzil folgte, den liberalen Strömungen Tür und Tor geöffnet hat, durch eine Art Verdrehung oder Missinterpretation oder weil liberalen Kräften zu viel Raum zugesprochen wurde. Und dass es ursprünglich gar nicht so beabsichtigt gewesen ist, die Kirche dann so umzukrempeln. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube, dass der Papst oder die Machtstruktur um und hinter ihm schon sehr genau wusste, was die da tun. Aber es ist meine persönliche Meinung dazu. Was halt interessant ist, da werden wir noch später darauf eingehen, was die da dann so eigentlich alles geändert haben. weil ich meine, der wichtigste Punkt ist die Liturgiereform aus meiner Sicht. Aber wir schauen jetzt erstmal weiter. Hier sehen wir nochmal ein Bild von Paul VI. Aber vielleicht gehen wir doch, wir gehen mal auf diese Liturgiereform ein. jetzt muss man sich das vorstellen, auch für Nicht-Katholiken, wenn man in den Gottesdienst geht, in die Kirche am Sonntag zum Beispiel, ist das, was da stattfindet, ist die Liturgie. Und die Liturgie ist ein Ritual. Und das hat dann verschiedene Elemente, wie in anderen Religionen auch, im Christentum oder vor allem im Katholizismus ist ein zentraler Punkt die Eucharistie. Wollen wir jetzt auch nicht näher erklären, aber es gibt dann so zwei Besonderheiten, die wurden dann nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geändert. Und zwar im Zusammenhang mit der Eucharistie war es traditionell in der Liturgie oder in der katholischen Messe so, dass dann der Priester der Gemeinde, also mit dem Rücken zur Gemeinde steht und die Opfer gaben eigentlich Gott sozusagen präsentiert. Und das wurde geändert, dass er jetzt nach der Liturgiereform wie im Protestantismus der Gemeinde zugewandt ist. Und die ganzen Modernisten, die freuen sich dann, ach toll, jetzt ist es endlich menschennah. Aber es erinnert mich an eine Anekdote. In der orthodoxen Kirche ist es noch so, dass der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde steht. Und ich habe mich mal mit einem sehr interessanten orthodoxen Priester lange unterhalten, der sehr viel, wirklich sehr viel liturgisches Wissen auch hatte. Und er hat mir erzählt, er hatte mal Protestanten bei sich in der orthodoxen Kirche zu Gast. Und die waren nach der orthodoxen Liturgie nicht so angetan und haben sich mit ihm unterhalten und haben gesagt, naja, aber dieser Moment, wo sie mit dem Rücken zur Gemeinde stehen, das war ja anders als bei uns Protestanten und es war total unpersönlich. Und der Priester hat mir dann erzählt, dass er denen geantwortet hat, lächelnd, ja natürlich war das unpersönlich, es war ja auch überpersönlich. Und das ist der entscheidende Punkt, der der Gemeinde, der Priester, der der Gemeinde in den Rücken zukehrt, der wendet sein Ankel als Gott zu, in dieser Symbolik der Liturgie. Und natürlich ist das nicht persönlich, es ist überpersönlich, es geht ins Transzendente, ins Heilige. Nur ich frage mich, derjenige, der sich dann der Gemeinde zuwendet, der wendet ja auch symbolisch Gott den Rücken zu. Dann wird es vielleicht persönlich und vielleicht wird es dann wie so ein Abendmahl und die Eucharistie wird dann zu einer netten Runde, zu einer netten Mahlrunde unter Freunden. Aber wirklich mal aus ritualistischer Sicht, was bedeutet das? Und sowas wurde auf diesem Zweiten Vatikanischen Konzil geändert oder beziehungsweise ist infolge des Konzils geändert worden. Vielleicht war das auch nicht Absicht des Konzils, aber es hat einen Türspalt geöffnet und die Tür wurde dann eingetreten von Kräften, die da wirklich Dinge geändert haben, wo ich mich wirklich fragen muss, ist das dann noch Katholizismus? Ist das noch Christentum zum Teil? Ein anderer Punkt ist der mit den Sakral- und Volkssprachen. Wir alle kennen das, religiöse Texte, die sind erstmal nicht in der Volkssprache. Der Koran ist in Altarabisch. Das kann auch ein Araber oder jemand, der Arabisch heute lernt, gar nicht so unter anderem sofort verstehen. Das ist Altarabisch. die Texte der Hindus, die Veden, das ist in Sanskrit, das ist auch eine ausgestorbene Sprache. Die Tora ist in Aramäisch oder Althebräisch. Und im Christentum, da war die Bibel entweder Lateinisch oder Altgriechisch, je nachdem. Und im Katholizismus ist Latein die Liturgiesprache, die sakrale Sprache. Und die Liturgien waren Lateinisch. Jetzt sagt man dann immer so aus moderner oder vielleicht protestantischer Sicht, das ist ja schrecklich, dann gehst du in die Kirche und verstehst ja nichts. Ja, aber es geht in diesen Ritualen nicht darum, dass du irgendwie die Predigt in dem Sinne da vom Priester verstehst und dann da irgendwas für dich mitnimmst. Es geht um ein heiliges Ritual in einem heiligen Raum. Und es geht darum, dass du dich in diesem Ritual dann mit Gott verbinden sollst. Also es ist angedacht. Und eigentlich war auf dem Konzil glaube ich auch noch die Ansicht, das soll in Latein bleiben, aber infolge des Konzils und dieser Umbrüche hat man dann auch die katholische Messe in den Volkssprachen mehr und mehr umgeändert. Das war jetzt in Deutschland in die katholische Messe gehst, in Deutsch hörst. Und das ist vielleicht angenehmer für den einen oder anderen, aber aus religiös-kultischer Sicht ist das eigentlich ein Verbrechen an der Religion gewesen. Ich kann das voll verstehen und nachvollziehen was du sagst, wie ich eben gemeint habe. Ich selber bin ja kein Christ, ich bin Humanist, ich setze den Menschen in den Mittelpunkt und zu sagen, hey, wir präsentieren unsere Opfer den Menschen, finde ich ja gut, aber ist es dann noch Katholizismus? Dann wird ja die Religion auch beliebig, dann braucht man sie auch einfach gar nicht mehr, weil dann sage ich, okay, ich Dinge einfach über Bord werfen kannst, ein bisschen moderner. Das betrifft genauso Fragen, die heute viel diskutiert werden, beispielsweise die Homosexualität und Ehe, wo auch die liberalen modernen Menschen darauf drängen, das muss man natürlich machen, man ist so nicht schwulenfeindlich, aber wenn du deine Werte ständig an irgendwas Neues anpasst, dann kannst du nicht mehr davon reden, dass wir eine universelle Wahrheit haben. Und ich sehe das dann ganz wie du und eben viele konservative Katholiken haben es genauso bewertet, dann wird man halt beliebig, dann wird man irgendwann auch überflüssig, dann verliert man etwas Spirituelles. Im Grunde alles Dinge, die ich jetzt rein vom Gefühl her schon bei den protestantischen Kirchen so sehe, da denke ich mir ganz oft, was braucht ja noch Kirche? Ich meine, ihr glaubt sowieso, das ist nicht wirklich, im Grunde ist es überflüssig, ihr seid dann nur noch so ein Club geworden, irgendwas Soziales, man kommt halt zusammen und das ist auch gut und so, aber dann kann man es auch komplett sein lassen. Also ich werfe mal kurz ein, das habe ich mal irgendwo gelesen und das habe ich mir gemerkt, weil ich so gut finde, die protestantische Kirche in Deutschland, das ist nicht nur in Deutschland, aber besonders in Deutschland, weil die auch noch besonders modern ist, also Lutheraner irgendwo im mittleren Westen der USA sind noch konservativer, aber wirklich hier so, gerade die deutsche evangelische Kirche ist ein christlich angehauchter Weltanschauungsverwaltungsverein. Aber in meinen Augen ist das keine Kirche mehr, da plane ich auch mal eine Sendung zuzumachen, weil was die so teilweise treiben, das ist ja noch viel bunter als das Zweite Vatikanische Konzil, da geht es wirklich schon ins Transhumanistische und da wundert man sich, wie die sich noch Kirche nennen können. Und ich betone nochmal, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, der gläubiger Christ ist und dort irgendwo verwurzelt ist. Ich rede von den Institutionen und von dem, was Institutionen so treiben. Eine andere Sache. Eine andere Sache noch. Einen Gedanken ich noch mal reinschmeißen möchte, was eben auch mit dem Konzil geöffnet wurde, diese Modernisierung. Man spricht auch vom ökumenischen Konzil. Das heißt, dass man sich auch öffnet, sowohl den anderen christlichen Gruppen, du hast es ja so vorhin selbst erzählt, wie der Paul dieses Schisma versucht zu beenden, aber auch überhaupt auch mit anderen Religionen, mit anderen Weltreligionen. Und auch das ist, auf den ersten Blick klingt das sympathisch und vernünftig, ja natürlich, aber auf einer höheren Ebene, wenn du jetzt Katholik bist, ist es halt einfach dann ein Aufgeben, wir haben gar nicht die Wahrheit. Letztens ist es austauschbar, ob du jetzt Hindu bist oder Katholik oder Buddhist, ist eigentlich egal. Und dieses Gleichmachen, was auch so ein Phänomen der Moderne ist, das ist ja auch da dann erst entstanden. Und es ging ja vielleicht sogar so weit, aus diesem ökumenischen Geist heraus oder diese Anpassung an die Moderne, bis hin zu, was auch in den 60er Jahren dann richtig groß geworden ist, in Lateinamerika, die Befreiungstheologie, wo ich auch am Anfang voll dabei bin, weil ganz klar, ich meine, ich habe das selbst erlebt in Lateinamerika, wie dort wirklich auch die einfachen Menschen, auch die indigene Bevölkerung, wie die unterdrückt werden, das ist durch kapitalistische Strukturen, das ist ganz offensichtlich, ich kann das voll nachvollziehen, diese Grundideen von Befreiungstheologie, allerdings sind die dann auch ganz eng gekoppelt, auch dort in 60ern Folgen an, ja man muss es sagen, an marxistische Doktrine gekoppelt. und das ist auch erst möglich geworden, eben durch dieses zweite Vatikanische Konzil, weil wie gesagt, vorher war Kommunismus, Sozialismus, was ja per se Nihilismus auch ist, der größte Feind eigentlich, den die Kirche ausgemacht hat, aber nach dem zweiten ökumenischen Konzil konnte man dann sogar Marxismus und Theologie zusammenbringen, in Befreiungstheologie, die übrigens auch, das ist das letzte der aktuelle Papst, der in Argentinien ist, der hat auch genau diesen Hintergrund, also der war in jüngeren Jahren, wie viele Lateinamerikaner wahrscheinlich, weil es doch einfach Thema war, eng verbunden mit dem marxistischen Flügeln sogar innerhalb der Befreiungstheologie, hochspannend. Ich stimme dir dazu, du hast genau den Punkt auch angesprochen mit das Verhältnis mit den anderen Religionen, weil das ist so interessant, weil sie haben auf dem zweiten Vatikanischen Konzil, die praktisch sich mit der Religionsfreiheit engagiert oder sie befürwortet und ich bin auch für Religionsfreiheit, ich will, dass jeder frei sein Glauben wählen kann und auf der einen Seite finde ich das total toll, dass sie das gemacht haben, auf der anderen Seite frage ich mich jetzt aber aus einer innerkatholischen Sicht, kann man das? Sollte eine Religion das befürworten? Ich persönlich befürworte die Religionsfreiheit, aber ich bin der Meinung, das muss ein Staat regeln. Ich finde es aber völlig okay, wenn jede einzelne Religion sagt, wir sind nicht für die Religionsfreiheit, wir sind nur für unseren Glauben, denn wir haben die Wahrheit. Das darf aus meinem religionsfreiheitlichen Gedanken heraus jede Religion so für sich beanspruchen, aber der Staat müsste übergeordnet die Religion dann so anordnen, dass man sagt, ja aber sozusagen ihr dürft jetzt hier niemand mit Gewalt konvertieren und dann schauen wir mal, wer dann mehr Zulauf hat. Das ist schon interessant, sie arrangieren sich mit der Religionsfreiheit, mit diesem wirklich hohen Wert der Aufklärung und auch des aufklärerischen Zweiges der Freimaurerei und sie sagen dann wörtlich, dass sie in den anderen Religionen, jetzt wird es nämlich wieder tricky, nichts von dem ablegen, was wahr und heilig sei, ablehnen, also sie lehnen nichts in einer anderen Religion ab, was wahr und heilig ist. Das bedeutet, die anderen Religionen können aus diesem neuen Verständnis des Katholizismus heraus durchaus teilhaben an Wahrheit und Heiligkeit. Das finde ich interessant, denn eigentlich gibt es nur eine Wahrheit, spirituell, religiös betrachtet, eigentlich sagt der Katholizismus oder hat immer gesagt, dass er diese Wahrheit besitzt und jetzt spricht er aber den anderen zu, die haben ein bisschen von der Wahrheit. Da frage ich mich zum einen, wie das so geht, wenn man ein bisschen wahr und ein bisschen heilig ist, aber nicht so ganz und zum anderen nochmal mein Gedanke, wo ich vorhin ja gesagt habe, hat sich die Kirche der Moderne angepasst oder hat die Kirche mit diesem Konzil die Moderne der Kirche angepasst? Denn das ist so ein bisschen so eine Tendenz, das ist auch, es gibt so Strömungen innerhalb der freien Maurerei, die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich auch teilweise gerieben habe, ist nicht die ganze Freimaurerei, aber einige haben auch diesen Ansatz einer universalistischen Religion oder so was oder glauben dann, die Freimaurerei wäre so was wie die Quintessenz aller Religionen oder etwas, was allen Religionen übergestülpt ist und der Katholizismus macht hier ein bisschen was ähnliches, finde ich. Wenn man jetzt Wahrheit und Heiligkeit auch in anderen Religionen sieht und die gar nicht ablehnt, ist es auch ein bisschen wie das Trojanische Pferd. Es öffnet auch die Möglichkeit, die für sich zu vereinnahmen, weil da werden wir später noch auf ein Beispiel eingehen, wo genau das dann gemacht wird. Das ist ein aktuelles Beispiel von 2019, aber da sind wir noch nicht. Das kommt noch. Ich finde diese ganzen Sachen, die mit diesem Zweiten Vatikanischen Konzil zusammen, hoch fragwürdig, hoch diskutabel und obwohl ich ja selbst kein Katholik bin, habe ich aber für die konservativen katholischen Sichtweisen in diesem Fall die Sympathien, weil ich sehe, diese Modernisierung und was war das eigentlich und welche Machtklicken kommen da eigentlich so ins Handeln. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Bild. Ich habe hier was zusammengestellt für euch, liebe Freunde. Und wir sehen hier sechs Papstwappen. Und das sind nämlich die sechs Päpste, ja mit ganz links oben Johannes der 23., dann oben in der Mitte Paul der Sechste, dann rechts oben Johannes Paul der Erste, dann links unten Johannes Paul der Zweite, dann unten in der Mitte Benedikt der Sechzehnte und rechts Papst Franziskus, der aktuelle Papst. Und man könnte über jedes dieser Wappen sprechen, aber wann sieht man die schon mal alle so auf einem Bild? Na, da fallen doch uns so Sachen auf. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt rechts unten das Papstwappen uns mal anschauen von Franziskus, dann sehen wir, da ist das Jesuitenzeichen drauf. Ist ja auch Jesuit, aber das sagt schon mal wirklich aus, wer da jetzt eigentlich Papst ist. Oder wenn wir uns Johannes den 23. oben links anschauen und Johannes Paul den Ersten oben rechts, ja dann sehen wir den Markus Löwen. Wir sehen den Löwen Venedigs. Ja, und das wollte ich euch einfach nur mal so zeigen, weil die Wappen sagen, glaube ich, sehr viel aus. Und ein Punkt, schaut doch mal oben bei unten rechts und unten Mitte, also bei Benedikt dem Sechzehnten und Franziskus. Oben ist eine Mitra als Krone, eine Mitra. Die anderen haben alle noch eine Tiara, die ja eigentlich schon mit Paul dem Sechsten abgelegt wurde. Und auch das, weil ich meine, wer sich mit Heraldik beschäftigt, wer sich mit Kirchenritualistik beschäftigt, mit Symbolsystem, der wird wissen, all diese Dinge sind nicht zufällig gewählt und das sind nicht ästhetische Gesichtspunkte, die hier entscheiden. Ja, sehr, sehr spannend, der gefällt mir auch sehr gut. Vielleicht nur ein Ding und ich weiß, das wäre wieder ein großes Thema. Ich wollte es nochmal reinschmeißen, weil wir jetzt vielleicht das Konzil langsam hinter uns lassen. Kennst du die Papstprophezeiung des heiligen Malachias? Das war so jemand, der, der sozusagen, das müsste im Mittelalter gewesen sein. Und der hat so einen Mönch und der hat so Visionen gehabt über die künftigen Päpste und hat so eine Liste aufgestellt, wie viele Päpste noch kommen und zu jedem Papst dann auch so ein kleines Sprüchlein, was eben seine Herrschaft irgendwie charakterisiert. Und demnach ist ja, sind wir in der Zeit des letzten Papstes. Oder eigentlich schon der Vorherr, der Franziskus wäre eigentlich schon der Letzte gewesen, aber der ist auch immer noch irgendwo am Start. Also finde ich auch interessant. Du meinst Benedikt. Ja, Benedikt, genau. Also viele bringen auch das so in Verbindung, weil gerade früher hat man immer gedacht, boah, das ist apokalyptisches Szenario. Wenn der Letzte Papst ist, dann ist offensichtlich die Heilsgeschichte vollendet, weil Papst wird es immer geben, egal ob Krieg oder Frieden. Wenn es keinen Papst mehr gibt, ist die Geschichte vorbei. Und viele haben das immer so als apokalyptisches Ding auch genommen. Na, boah, die Papstliste des Malachias und wir leben in der Endzeit und so. Und jetzt sind wir da schon drüber hinaus. Aber manche interpretieren das eben so, das ist das Ende eigentlich von der Kirche. Also was da in diesem Konzil losgetreten ist, wir haben jetzt keine, also manche Leute interpretieren das so, diese Malachias-Liste. Wir haben sozusagen keine Kirche mehr. Die Kirche ist obsolet. Ja, interessante Theorien. Und nehmen wir mal das Narrativ, greifen wir es einfach mal auf. Deckt es sich nicht dann auch mit diesen Geschichten? Das Schisma wird aufgehoben, ein Israelstaat wird anerkannt, die Kirche wird umgekrempelt. Viele interessante Fragen. Nur als Gedanke, so, ich stelle auch Fragen, meinst du, man könnte darüber nachdenken, dass sozusagen allein die Staatsgründung Israel, man könnte das ja auch so interpretieren wie, hey, der Messias ist doch wieder da, guck doch mal. Also könnte man das selbst so interpretieren oder dass Leute das so interpretieren. Du und ich müssen es ja nicht so sehen, aber. Man könnte es so interpretieren, dass es zumindest Gruppen gibt, die vielleicht ja gewisse Ereignisse gezielt herbeiführen, die dann in diese Bilder passen. Also solche Theorien gibt es. Ich weiß selbst gar nicht so genau, was ich davon halte. Ich stelle Fragen. Das ist eine bequeme Rolle auch. Das ist ein bisschen fies, wenn man einfach nur sagt, ich stelle Fragen. Aber ganz ehrlich, es sind hochkomplexe historische, religiöse, philosophische, esoterische Fragestellungen. Ich bin einfach noch nicht zu abschließenden Ergebnissen gelangt. Insofern ist das ja alles hier nur Zwischenstadium und Gedankenspiel und Gedankenexperiment. Aber als solches, glaube ich, gut gelungen. Aber da muss man dann auch vieles mit Fragezeichen versehen so stehen lassen und das auch aushalten können. Ich finde das viel interessanter, wenn man Fragen stellt, als wenn man immer sagt, ich habe auf alles die Antwort und ich liefere euch. So und so und so ist es. Solche Leute finde ich immer ganz fragwürdig. Dann bin ich lieber einer, der manchmal Fakten hat und und manchmal Halbfakten und ganz oft Fragen. Und das ist völlig okay. Jetzt wollen wir aber nur weitergehen. Ja, du hattest schon recht gehabt. Wir verlassen mal das Zweite Vatikanische Konzil. Und jetzt kommt wieder so eine Geschichte. Da sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes Halleluja. Was ist das? Was ist das? Was ist das, was wir auf diesem Bild jetzt sehen? Und zwar sehen wir ein modernes Gebäude. Das ist im Vatikan. Der Rest da sind so vatikanische Gebäude. Und das ist die päpstliche Audienzhalle, die wir sehen. Und die ist halt in moderner Architektur errichtet. Und die wurde zwischen 1964 und 1971 errichtet. Von besagten Papst Paul VI. Der, wie ich ja schon ausgeführt habe, so manche Sache gemacht hat, die so ein bisschen merkwürdig ist. Oder besonders. Und genau in dieser Phase baut er jetzt eine neue päpstliche Audienzhalle. Und ja, das ist übrigens seit, ich glaube, seit seit dem 18. Jahrhundert, so die, das größte und aufwendigste Bauprojekt, was da im Vatikan überhaupt stattgefunden hat. Das ist besonders. Und dieses Gebäude hat es in sich. Und da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Und zwar, das erinnert schon mal von außen an einen Schlangenkopf. Und da gibt es im Internet, wenn ihr mal googelt, da gibt es noch andere Bilder, die diese Form noch deutlicher zeigen. Aber das ist, das ist ein abstrakt dargestellter Schlangenkopf. Und ich werde euch gleich auf Bilder nochmal die Audienzhalle von innen zeigen und da wird es noch deutlicher. Aber hier schon mal so als kleiner Ausdruck von außen, man sieht links und rechts die Augen, das ist ein Schlangenkopf. Und ausgerechnet Paul der Sechste, ausgerechnet dieser Papst, der all diese Dinge getan hat, über die wir gerade schon gesprochen haben, der lässt in der päpstlichen Audienz alle bauen in Schlangenkopfform. Und manche sagen, das ist ein Schlangtempel. Und die Schlange hatten wir ja auch schon so oft. Also Frank, was findet hier statt? Was ist hier stattgefunden? Und meine Frage, ist das noch Katholizismus? Er hat doch von der Ökumene gesprochen, öffne dich doch auch mal anderen Religionen, warum nicht ein Schlangentempel machen? Hier sehen wir jetzt die piepsige Audienzhalle von innen. So links und rechts. Rechts seht ihr die Schlangen auch. Und ganz am Ende, da sitzt dann der Papst, wenn er die Audienz hält und man sieht sogar die Zähne, die Giftzähne der Schlange. Und praktisch in der Mitte, ja das ist ja auch so interessant, dort zwischen den Zähnen, dort wo sich dann die Zunge der Schlange befindet. Ich betone nochmal die gespaltene Zunge. Schlange hat ja auch eine tiefe Symbolik. Da sitzt dann der Papst, wenn er seine Audienz hält. Und diese ganze Halle, die hat 6500 Sitzplätze. Wenn man die Stühle rausnimmt, können da 25.000 Leute stehen. Und dort werden dann, seit die gebaut wurde, und ich glaube, das fing dann mit Johannes Paul II. an, so große Papst-Audienzen, ich weiß nicht, ob öffentlich oder halböffentlich gehalten, wo dann ganz viele Leute dem Papst begegnen können. Das ist auch schon mal interessant, weil wir hatten vorhin ja auch das Thema kurz Faschismus. Ja und vorher haben die Päpste das so gar nicht gemacht. Aber jetzt gibt es eine Audienzhalle. Also ich meine, die Nazis haben in ihrer Planhauptstadt Germania auch diese große Volkshalle geplant, wo dann der Führer zu riesigen Massen sprechen wollte. Das ist natürlich viel kleiner. Aber es ist das Konzept. Das Konzept ist, hier wird eine Masse reingeführt und da wird zu der wird gesprochen und das ist eine Massenveranstaltung. Aber ich weiß, jetzt kommt die Kritik, das sind Verschwörungstheorien und das ist doch nur moderne Architektur und du übertreibst. Aber ich wirklich, bei vielen Dingen lasse ich mit mir diskutieren, aber mir kann keiner erzählen, dass dieses Gebäude keinen Schlangenkopf darstellt. Und es ist modern. Es ist eine moderne Architektur, aber ich meine, Architektur, und so sprechen wir doch ganz oft, Charles, wir gucken auf die Symbolik. Architektur ist auch eine Symbolik. Der Architekt hätte es ja auch anders bauen können, aber er hat sich halt dafür entschieden, das so zu bauen. Und es ist immer so, der Architekt kann nicht machen, was er will, sondern der muss natürlich immer seine Entwürfe mit dem Bauherrn absprechen, ist ja völlig klar. Also da ist kein Zufall, weil du investierst Geld, da überlässt du das nicht dem Zufall, wie das danach ausschaut, sondern du bekommst es so, wie du es gerne haben willst. Absolut. Und auch die moderne Architektur, selbst wenn die jetzt gar keine Schlangenkopf Form hätte. Moderne Architektur geht aufs Bauhaus zurück. Das Bauhaus war stark marxistisch geprägt von der Ideologie und es steht in einem ideologischen, totalen Kontrast zu der alten europäischen Sakralarchitektur. Ich finde es sowieso höchst skandalös, wenn die Kirche im Bauhaus Stil mehr oder weniger oder Abwandlung davon Kirchen und Sakralbauten baut. Das ist ein absolutes Unding. Alleine schon das darf gar nicht sein. Und dann ist das Ding in Schlangenform. Und es wird ja noch besser. Wenn ihr dachtet, jetzt war es schon gut und spannend und was findet ihr denn statt? Es wird noch besser, liebe Freunde. Jetzt gucken wir uns mal das an. Also wir haben eben gerade diese Halle von innen gesehen. Und ganz am Ende zwischen den Reißzähnen, den Giftzähnen der Schlange, da sitzt dann ja der Papst in dieser Audienzshalle und hinter ihm ist eine Riesenskulptur. Und diese Skulptur, die heißt dann auf Italienisch La Resurrezione, die Auferstehung. Jetzt wissen wir, die Auferstehung ist ein ganz zentrales Motiv des Christentums. Und die wurde in der Kunstgeschichte zigmal wunderschön ästhetisch und in allen Varianten gezeigt und mystisch. Und es ist was Wunderschönes. Auch für Nichtchristen. So die Auferstehung, sag es mal salopp, die ist doch einfach nur geil und die ganze Bildsprache. Und jetzt schaffen die hier dieses Monster. Dieses abstoßende, hässliche, ich will es nicht mal Kunstwerk nennen, diese in Metall und Kunststoff gegossene Asymmetrie. Und das soll jetzt also die die Auferstehung Christi zeigen. Ein zentrales christliches Moment. Und jetzt hat der Künstler in Anführungsstrichen, ihr merkt schon, ich bin echt kein Freund moderner Kunst. Also jedenfalls der Mann, der das geschaffen hat, der italiener Fazzini, der hat sich dazu geäußert. Jetzt hört euch doch mal an, was der dazu gesagt hat. Der sagt, ich entschloss mich, die Auferstehung Christi in einem Olivenhain darzustellen, jenem friedlichen Ort seiner letzten Gebete. Christus steigt aus einem Krater auf, den eine Atombombe aufgerissen hat. Eine grausame Explosion, ein Strudel der Gewalt und Energie. Jetzt muss man wissen, der Olivenhain, wo Jesus seine letzten Gebete sprach, das ist der Garten Gethsemane. Und das ist, oh Mann, das ist, erst mal ist das lokal, ist das der Ölberg in Israel, lässt sich verorten. Mystisch ist das was kosmologisches. Ein total heiliger Ort. So, und jetzt kommt das Interessante. Dort ist also eine Atombombe eingeschlagen. Das sagt uns dieses Bild. Und aus der Atombomben-Explosion in dem Krater, ist die Auferstehung Christi. Und das Ding steht zwischen den Giftszenen in diesem modernistischen Schlangentempel. Und jetzt bitte erklärt mir, was hat das noch mit Katholizismus zu tun? Was hat das mit Christentum zu tun? Und was ist das alles? Und jetzt wird es ja noch besser. Jetzt hat Papst Benedikt der Sechzehnte, der hat dann später dafür gesorgt, das war sein persönliches Anliegen, dass diese ganze Audienzhalle den Namen Paul der Sechste bekommt, also dem gewidmet wird. Das ist jetzt die Audienzhalle Paul der Sechste. So, und ich meine, mich hinterlässt das schon fast sprachlos. Jetzt kann ich hier nicht in der Sendung sprachlos sein und nicht mehr sprechen. Aber was für ein komischer Kult ist das? Das ist nicht mehr Christentum. Das ist auch eigentlich nicht mehr Katholizismus. Und vor allem, jetzt müssen wir sich das vorstellen, die erklären das dann so. Ja, die Atombombe, dieses nukleare Szenario, das ist kalter Krieg, 60er Jahre. Man hatte Angst, es würde zu einer Apokalypse kommen, durch einen Atomkrieg. Das muss man aber sagen, die Apokalypse, es ist ein mystisches Konzept. Das hat doch nichts mit Atombomben zu tun. Und das wissen auch natürlich die Theologen der Kirche. Und jetzt frage ich mich, ist das die Erklärung? Und eine Atombombe ausgerechnet, eine Atombombe-Explosion im Garten geht sie mal. Das ist ja nicht mal mehr heretisch, das ist schlichtweg unchristlich. Und das wurde dann offensichtlich von dem Paul VI. so abgesegnet und gebaut. Und Papst Benedikt findet das so bemerkenswert, dass er noch drauf besteht, dass die Halle nach dem Paul VI. benannt wird. Also für mich unbegreiflich. Also ich freue mich auch auf eure Kommentare, liebe Zuschauer. Bitte erklärt mir das. Was ist das? Ja, das ist absolut krass. Also das ist wirklich schockierend. Hier die Atombombe, aber hat schon auch eine Verflechtung zur Mythik. Es war doch auch der Erfinder der Atombombe, hat doch auch dann aus der Bhagavad Gita zitiert. Und das als Werkzeug sozusagen der Apokalypse. Und hey, ich meine, diese Endzeit-Sekten, die es gibt und die natürlich eng verwoben sind, auch mit gewissen theologischen Fragen. Wir haben es ja schon die ganze Zeit gehabt. Das Grunddogma oder ein Grunddogma ist ja auch, es wird eine Endzeit geben, weil es eben Heilsgeschichte ist mit Anfang und Ende. Während man könnte auch ganz anders irgendwie schauen. Vielleicht ist es Zeit, ist irgendwie spiralförmig. Da gibt es gar kein Anfang, kein Ende. Das liegt mir wesentlich näher. Aber egal, diese Idee, dass die Atomtechnologie und damit überhaupt auch wiederum die Technologie, die menschlichen Erfindungen, dieser faustische Geist, dass der sozusagen die Endzeit und die Apokalypse einläutet, ja, das passt halt perfekt in ihre Narrative rein. Und das, was der Künstler da gesagt hat, hier der Ölbaum, der Ölhain, der Olivenhain, wo die Atombombe einschlägt, das ist halt genau auch oder das harmoniert treffend mit gewissen Narrativen, die von messianischen Endzeitsekten aus der jüdischen Welt kommen. Da gibt es ja auch Gruppen und wir haben die auch historisch schon beleuchtet, aber manche von denen, also gibt es ja heute noch welche, so extreme Flügel auch. Und das ist genau, was die sagen. Die sagen ja, der Messias kann nur kommen, so interpretieren die halt die Schriften, der Messias kann nur kommen, wenn vorher eben ein großes, ein großes Brandopfer gebracht wird. Und da gibt es Leute, das finde ich so krass auch, weißt du, in Israel, die reden heute zu jungen Leuten irgendwelche Prediger und erzählen denen halt, hey, Jerusalem, Israel muss halt brennen, damit irgendwann der Messias kommt. Und ich denke mir so, das ist so krass, wenn du das jungen Leuten sagst, das junge Mensch denkst auch, aber hey, das ist doch mein Land, ich möchte auch die nächsten 60 Jahre leben, ich möchte nicht, dass meine Stadt brennen und mein Land brennt und danke, dass ich dann das Opfer spielen durfte für irgendeinen Endzeitszenario. Aber diese Idee eben, die Atombombe auf Jerusalem, das ist, was sich bei diesen Endzeitssektlern auch sehr findet, dieses Bild da. Und das dann neben Einzugeld in Rom, also ja, das ist schon krass. Also in der pepstlichen Audienzhalle, das ist nicht irgendwo am Rand, das ist wirklich, die pepstliche Audienzhalle. Und ich meine auch dieses Bild, was man jetzt sieht, links seht ihr die Schweizer Gardisten, und da sitzt dann so der Papst, ist das irgendwie, fühlt sich das warm an? Hat man das Gefühl? Nimm irgendein Kind aus dieser Welt, was eben noch nicht diese ganzen Vorstellungen hat und Christentum und Religion. Nimm irgendein Kind, weißt du, so eine unbefleckte junge Seele und zeig dir mal das Bild und guck mal hier. Und wenn man sich das anguckt, gibt einem das das Gefühl, hier sitzt der Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja, das ist ja der Anspruch. Oder der Stellvertreter Christi auf Erden. Gibt einem das das Gefühl? Mir nicht. Es erinnert viel mehr an so Darstellungen, auch in diesem Fall, fast schon so Baphomet Darstellungen, wie wir es aus von Eliphas Levi kommen, aus dieser Art von Posen und so. Und hier sieht man mal ein klassisches Bild, wie die Auferstehung dargestellt wurde. Ich weiß gar nicht genau, welche Epoche sieht für mich aus wie Renaissance, wenn ich mir jetzt auch die Rüstung angucke und den Stil. Und kann man natürlich jetzt religiöse Kunst mögen oder nicht, aber man sieht schon mal, das ist ein sanftes Bild. Sanfte Farben, ansprechend. Ob man Christ ist oder nicht, positive Botschaft. Das steht doch im völligen Kontrast zu dem, was wir eben gesehen haben. Also das, dass man nur mal so dem gegenübergestellt. Aber jetzt kommen wir gleich zur nächsten Kuriosität. Wir machen gleich mal weiter. Und zwar das Kolosseum in Rom kennt jeder. Und jetzt war es so, dass in dem Kolosseum unter anderem, da fanden ja die Gladiatorenkämpfe statt, die Spiele und so weiter und so fort. Da wurden dann auch die ersten Christen geopfert. Im wahrsten Sinne des Wortes, den Bestien zum Fraß vorgeworfen. Und aus diesem Grund gilt der Boden des Kolosseums mittlerweile als heiliger Boden. Weil da haben Frühchristen das Martyrium erfahren. Das Kolosseum ist nicht nur einfach diese alte Arena und dieses archäologische Riesenobjekt, sondern das ist auch aus katholischer Sicht, dort ist heiliger Boden. Und dort wurde am 27. September 2019, das ist noch nicht lange her, diese Figur aufgestellt. Und das zeigt den Gott Moloch. Und dann gab es eine Pressemitteilung in Rom dazu. Und die lautet, eine Rekonstruktion der schrecklichen Gottheit Moloch, die mit den phönizischen und katharischen Religionen verbunden ist und im Film Kabiria von 1914 von dem Regisseur Giovanni Pastore zu sehen ist, wird am Eingang des Kolosseums stationiert, um die Besucher zur Ausstellung zu begrüßen. Da gab es dann irgendeine historische Ausstellung. Und in dem Kontext dieser Museumsausstellung, ja, da hat man dann diese Figur dort positioniert. Aber ich finde es schon interessant. Und wie gesagt, die hat ein Vorbild aus einer Filmkulisse. Und das ist ein absoluter Klassiker der Filmgeschichte. Der hat noch Stummfilmzeit von 1914. Ich glaube, es ist ein Stummfilm. Muss ein Stummfilm sein. 1914, da gab es noch nicht viele Filme. Und der italienische Film, was auch nicht jedem bewusst ist, ist sehr, sehr prägend für die Filmgeschichte und hat Hollywood stark beeinflusst. Und damals gab es ja noch nicht Hollywood als das Filmzentrum, sondern Deutschland oder Italien hatten auch eine starke Filmkultur. Und da wurde halt diese Moloch-Statue dargestellt. Und was das Interessante am Moloch ist, hier sieht man jetzt aus diesem Film Kabiria, das Filmplakat, da kennt man auch die Statue gleich wieder. Es heißt, dass Moloch in Katargo verehrt wurde und dass man dem Moloch Kinder geopfert hat. Unschuldige Kinder. Also tatsächlich, das scheint so ein Kult gewesen zu sein bei den alten Phöniziern. Oder wird zumindest so berichtet. Und ein anderer Autor, ich glaube, es gab dann den Moloch, gab es auch in der Levante, im heutigen Libanon, gab es den, glaube ich, auch bei den Phöniziern. Ich glaube, irgendein griechischer Autor hat halt geschrieben, dass es dann so war, dass die Statue erhitzt wurde. Es gab wohl schon damals eine große Moloch-Statue und die wurde erhitzt und die hatte so eine Klappe am Bauch, wo die unschuldigen Kinder reinkamen. Ob das Propaganda ist, Gräuelpropaganda über politische Gegner, Spinnerei über religiöse Feinde, ob das überhaupt echt ist. Das sei dahingestellt. Es gibt aber das Narrativ. Es gibt die Erzählung über Moloch und die wurde dann auch mal verfilmt. Und die Figur, die wurde dann mal so in Rom ausgestellt. Hier noch ein anderes Filmplakat. Da seht ihr dann auch diese Flammen, die aus dem Bauch des Moloch kommen. Aus diesem Ofen und ein total dramatisches Bild. Da sieht man, wie die Kinder reingeschmissen werden. Aber so krass, so großartig auch diese Bilder. Charles, wirklich. Die Symbolik ist riesig. An was mich das auch erinnert und ich schätze, das wird vielen so gehen, auch mit dieser Eulen-Optik. Das erinnert doch auch an den Bohemian Grove in Kalifornien und diese seltsame Cremation of Care, wie sie es dort nennen. Selbe Ästhetik. Eben dieser Punkt mit den Kindern. Systematischer Kindesmissbrauch. Sekten, die gegebenenfalls sowas machen. Es ist ja auch ein großes Thema, was so auch durch das Internet geistert, worüber man immer mal wieder stößt und teilweise nicht so richtig weiß, was soll man glauben, wie viel stimmt. Tatsache ist, es wird solche Sachen geben. Wer wie wo, weiß ich natürlich nicht, aber es gibt alle möglichen Gräueltaten auf der Welt. Und religionsgeschichtlich oder von diesem Narrativ her zumindest gibt es den Moloch. Und er wurde dann vor dem Kolosseum ausgestellt. Das Interessante ist, ja klar, man kann sich jetzt fragen, was ist das Besondere daran, dass da der Moloch stand? Das war neun Tage vor der sogenannten Amazonas-Synode. Also was ist die Amazonas-Synode? Eine Synode ist auch ein Zusammentreffen von Kirchenoberen. Anders als beim Konzil wird auf einer Synode aber nichts beschlossen. Da werden nur Empfehlungen ausgearbeitet. So zum Verständnis. Und jetzt fand am 4. Oktober 2019, 4. Oktober 2019 fand halt die Amazonas-Synode statt und neun Tage vorher wurde im Rahmen von so einer Ausstellung vor dem Kolosseum der Moloch aufgestellt. Ja, erstmal komisch. Aber schauen wir uns doch dann mal gleich in Ruhe diese Amazonas-Synode an. Denn die ist ähnlich wie das Zweite Vatikanische Konzil äußerst fragwürdig. Hier nochmal, bevor wir das tun, eine Filmszene aus diesem Film. Also ich habe ihn selber nicht gesehen, Kabiria. Ich werde ihn mir aber unbedingt angucken. Unbedingt. Also ich glaube, das ist so ein Film so ähnlich wie Metropolis. Hatten wir ja schon in unserer Sendung über Neon. Das ist so ein Filmklassiker und ich habe das Gefühl, dass diese Filme, die in dieser Zeit entstanden, die so ein bisschen Fantasy-mäßig angeaucht waren, dass die echt richtungsweisend waren. Dass da nicht einfach irgendwelche Stoffe verarbeitet wurden. Und vielleicht kann man das jetzt erst 100 Jahre später richtig überblicken, welche kunsthistorische Bedeutung diese Filme überhaupt haben. Ja, ich bin ein bisschen fies. Babs Franziskus mit dem Schrein im Bibel ist natürlich jetzt gemein, dieses Bild zu zeigen. Und ich tue das mit einem großen Augenzwinkern. Aber weil wir jetzt den Übergang machen zur Amazonas-Synode, die von Franziskus da ja auch geleitet wurde und durchgeführt wurde und gleich mal anschauen, was da passiert ist. Was gibt halt auch im Katholizismus ja dieses komische Verhältnis doch zum systematischen Missbrauch von Kindern. Ich finde es total hart. Ich will die katholische Kirche nicht darauf reduzieren und ich weiß es, die meisten Katholiken haben damit nichts zu tun und, und, und. Das weiß ich alles. Und trotzdem muss man einfach sagen, systematischer Kindesmissbrauch findet nicht nur natürlich, aber er findet im Kontext katholischer Institutionen statt. Und die Skandale sind riesig. Und da wird komischerweise auch von der Kirche vieles nach wie vor vertuscht und runtergespielt. Und Priester, die Kinder missbrauchen, werden irgendwie nicht liquidiert. Also, sie werden nicht rausgeschmissen, sondern irgendwie versetzt. Und es ist einfach was. Und es mag jetzt dann auch vielleicht für katholische Zuschauer unbequem sein, dass das jetzt so angesprochen wird. Aber im Kontext zum kinderfressenden Moloch, der da stand, muss auch das nochmal erwähnt werden. Im Hinblick auf die katholische Kirche als politische Anomalie, als seltsamer Kult, die sie mittlerweile scheinbar ist, geworden ist. oder als Kult, der sich gewandelt hat. Und es gab ja auch in der Antike, auch bei den alten Griechen, die Knabenliebe als eine Institution der Erziehung. Es war nichts Verpöntes, sondern etwas, was besonders edel galt. Und es gab verschiedene Kulturen und es gibt auch das Phänomen der Tempelprostitution. Das gibt es auch immer noch in Indien, dass rund um Heiligtümerprostitution stattfindet oder eben halt auch homosexuelle Prostitution. Und ich frage mich manchmal, inwieweit diese alten Institutionen, die offiziell vom Christentum, Judentum und Islam verteufelt werden, auch doch vielleicht gewisse Institutionen beeinflusst haben und fortgeführt werden, vielleicht auch nur von einigen Kreisen oder in verdeckter Form. Aber das sind echt gewagte Gedanken. Aber es sind Fragen, die ich mir stelle. Wie siehst du das, zu Recht, auf jeden Fall. Das Irritierendste finde ich ja, dass die Kirchenoberen, die Verantwortlichen, also auf Bischof-Kardinals-Ebene und so weiter, dass die systematisch über Jahrzehnte und auch bis zum heutigen Tag halt eben an der Vertuschung und Verschleierung arbeiten. Weil das ist das, wenn das nicht Teil, wenn die nicht erkennen würden, hey, das gehört letztens zu uns, dann würden sie auch aus eigenem Interesse das so arg wie möglich verfolgen und gucken, dass man das los wird. Dass man Leute, die sich da was zu Schulden kommen lassen, dass man die auch rausnimmt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und das lässt schon darauf schließen, dass man einfach akzeptiert, hey, das gehört zu uns. Das ist Teil von unserem System. Wir lassen das mal so stehen. Ich stimme dir aber zu. Und jetzt schauen wir uns mal, jetzt schauen wir uns mal die Amazonas-Synode an, die ich eben schon angekündigt habe. Also die fand da neun Tage nach dem Moloch statt. Und es ging bei dieser, Synode um das Thema Amazonien, also diese ganze Amazonas-Region in Lateinamerika. Und die ist katholisiert. Also viele Menschen dort, indigene Menschen, die zu indigenen Völkern gehören, sind Katholiten, sind aber noch nicht in dem Maße katholisiert wie in anderen Teilen der Welt. Also die haben natürlich noch Elemente auch ihrer alten Glaubensvorstellungen. Und es ist schwierig, sozusagen, dass nachdem sie katholisch geworden sind, sie dann auch den katholischen Glauben so richtig praktizieren, wie das von der Kirche gewünscht ist. Und einer der Gründe, warum das nicht so richtig klappt, weil das entlegene Religionen sind, was angeführt wird, ist der sogenannte Priestermangel. Da sind einfach zu wenig Priester. Ich finde es auch fragwürdig, weil ich glaube, es gibt genug Priester, die man dorthin entsenden könnte. Aber klar, es wird erstmal so gesagt. Und diese ganze Synode, die sollte sich jetzt damit befassen, wie man die Probleme aus kirchlicher Sicht dieser Region lösen kann. Auch ökologische Probleme. Und die hatte ein Motto, die Synode. Und das Motto war Amazonien, neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie. Klingt eigentlich gut. Jetzt frage ich mich nach dem zweiten Vatikanischen Konzil, wie viele neue Wege soll die Kirche noch gehen? Also der neue Weg nach dem neuen Weg, nach dem neuen Weg. Ganzheitliche Ökologie würde ich erstmal unterschreiben. Ja, ist wichtig und toll, dass die Kirche sich dem annimmt. Aber jetzt wird es wieder fragwürdig. Und zwar war es dann so, da ist Papst Franziskus jemand, der das befürwortet hat, der übrigens auch Jesuit ist. Dass er sagt, weil es ja diesen Priestermangel gibt und es so dort angeblich, also scheinbar nicht möglich ist, Priester so hin zu entsenden in der Stückzahl, die erforderlich wäre, sollte man indigenen Familienvätern, die katholisch sind, die Möglichkeit geben, dass auch sie ein offizielles Dienstamt übernehmen und Priester werden. Und das ist nichts anderes als die Abschaffung des Zölibats. Das Zölibat, kann man darüber streiten, ist das gut oder schlecht? Ich will mich dazu gar nicht positionieren, weil das ist letztlich Inhalt katholischen Glaubens, das lasse ich so unangetastet, aber da bin ich wieder konservativ und ich sage, Leute, Katholizismus hat nun mal das Zölibat. Das kannst du nicht einfach abschaffen, das sollte nicht abgeschafft werden. Zumindest nicht, wenn du willst, dass der Katholizismus Katholizismus bleibt. Charles, du hast es letztens schon gesagt, du stehst für Religionsfreiheit und ja genau, wir stehen für Religionsfreiheit, aber das beinhaltet auch, dass wir das akzeptieren, wenn es Menschen gibt, die sich im Zölibat organisieren. Ich persönlich finde es nicht richtig, ich persönlich will es nicht machen, aber ich respektiere, hey, das ist also eine Religion und die hat das Zölibat. Und da gibt es auch alle möglichen Gründe dafür, die man anführen kann. Aber eben hier, dass sich die Kirche da sozusagen von der Moderne treiben lässt, das könnt ihr nicht machen, da verliert man dann letztens einfach seine eigene Identität. Ich deute Religionsfreiheit auch genau so, okay, wenn halt Menschen entscheiden, so einen strikten Kurs zu gehen, das gibt es auch nicht in einem Katholizismus, Zölibat gibt es in vielen Religionen, dann der Weg des Asketen gibt es in Indien ganz oft, das akzeptiere ich natürlich, respektiere ich, weil wir für Religionsfreiheit stehen. Absolut, es war gerade so richtig und gut, was du gesagt hast, dass ich mich tierisch verschluckt habe beim Trinken und jetzt meinen Hustenanfall hatte. Nein, genau das ist der Punkt, so das Zölibat, also klar, man darf auch das Zölibat kritisieren, das dürfen auch Katholiken, ich finde es aber nur interessant, wenn das ausgerechnet der Papst tut, muss ausgerechnet der Papst das Zölibat kritisieren. Und außerdem gibt es halt dann auch die Forderung, dass für Frauen irgendwie mehr Ämter eingeführt werden und natürlich noch nicht Frauen als Priester, aber es geht so langsam alles in die Richtung und auch konservative Katholiken, die kritisieren wirklich an dieser Amazonas-Synode, dass dort ein ganz merkwürdiger Kurs eingeschlagen worden ist. Und das ist, und jetzt kann man natürlich sagen, naja, die wollen das Zölibat ja nur in der Amazonas-Region abschaffen, nur weil dort dieser Priestermangel herrscht. Aber wir haben am Zweiten Vatikanischen Konzil gesehen, was passiert, wenn man, wenn die Kirche sich gewissen Reformströmungen öffnet. Da wird ein Spalt aufgemacht und danach wird die Tür eingetreten, also dann kommen ganz große Veränderungen. Aber da, jetzt gehen wir mal weiter mit den Besonderheiten. Ja, jetzt gab es nämlich am Anfang dieser Synode das hier. Und das ist, puh, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mir ein Video angeguckt, wo man diese Zeremonie sieht, das könnt ihr auch bei YouTube googeln und euch anschauen. Und zwar waren jetzt verschiedene Vertreter indigener Völker eingeladen, die katholisch sind. Hier sehen wir so jemanden. Und die überreichen Papst Franziskus dort ein Gegenstand. Und das ist ein Abbild der Pachamama. Die Pachamama ist eine südamerikanische indianische Gottheit eigentlich. Eine Göttin. Und die wird von den Indios und Indigenen dort verehrt. Und auch die katholischen Indios verehren weiterhin die Pachamama. Es wird dann nur argumentiert, ja sie beten sie nicht an, sie wird nur als Mutter Erde respektiert, aber das ist ganz fragwürdig. Und da gab es dann wirklich eine Zeremonie in Anwesenheit des Papstes, wo ein indigenes Ritual, würde ich mal sagen, durchgeführt wurde und sich die anwesenden Indigenen vor der Pachamama verneigt haben. Und ich bin da ganz zwiespältig, weil ich bin natürlich ein Freund indigener Völker. Ich bin ein Freund ihrer Kulturen und dass das erhalten wird und dass die Indigenen im Amazonasgebiet eine Pachamama haben. Das ist für mich ähnlich wie ein Indienkali. Und bitte lasst das unangetastet, es ist für mich super. Aber wiederholt ist das katholisch. Muss das Teil der katholischen Kirche werden? Und die Gegenfrage auch, muss dieser Indigene glauben? Muss das mit der Pachamama christianisiert werden? Also es ist hier eigentlich eine synkretistische Vermischung von Religionen geschehen durch Papst Franziskus, die letzten Endes einen ganz neuen Kult geschaffen hat. Und das sieht man schon unter anderem an dieser Figur. Denn es war vorher so, dass die indigenen Indianer gar nicht mehr sagen, sage ich trotzdem auch, Indianer glaube ich, da meint man mehr auch oft in die nordamerikanischen indigenen Völker, wir reden jetzt ja so von der Amazonas Region, man könnte auch sagen die Amazonier, dass die diese Pachamama hatten, die war aber ein abstraktes Konzept und das war ein weiblich gedachter Weltgeist, eine Energie, die das Gefüge der Welt steuert und die haben sie sich nie bildlich vorgestellt. Erst in Kontakt mit den Spaniern und Katholiken und dem Marienkult der spanischen Katholiken haben sie angefangen ihre Pachamama dann in solchen Holzschnitzereien darzustellen. Das muss man auch nochmal verstehen. Es ist ein indigener Kult, der sich aber in Kontakt mit dem Katholizismus dann so in dieser Form gebildet hat und der jetzt im Vatikan eingeführt wird. Das ist eigentlich eine Entstellung beider Religionen und ich weiß gar nicht was ich davon halten soll. Jetzt ist es so interessant Papst Franziskus hat diese Figuren dann in den Petersdom gebracht und er hat sie dort auf einen Altar gestellt und auf dem Petrus Altar. Der Altar, der über dem Grab von Petrus steht. Und ein paar Tage später gab es einen komischen Zwischenfall, dass ein konservativer Katholik hat diese Figuren entwendet und hat die in den Tiber geschmissen aus Protest. Und seit diesem Vorfall und auch seit der sogenannten Pandemie ist es so, dass wohl der Papst, der dort Messen feiert, jetzt ja auch nur noch mit einem kleinen Publikum, nicht mehr diesen Altar nutzt. Der tut das auf einem anderen Altar. Das habe ich recherchiert und lade euch ein, liebe Freunde, googelt das mal, findet das mal raus. Das ist ganz komisch und das ist aktuell. Was da passiert. Und jetzt bin ich mit meinem Monolog am Ende. Frank, bitte, was denkst du darüber? Deine Gedanken, schon ein paar Mal genickt, die werden interessant sein. Ich bin da so sehr bei dir. Ich finde das auch großartig, wie du das abgeleitet hast. Genau so ist es. Meine Sympathien sind eben auch gerade bei so kleinen Völkern, kleinen Etnien, Amazonas, Patsche Natur. Und ich bin da so sehr bei dir, so wie du das hier aufgezeigt hast. Denn man könnte jetzt meinen, so oder wir sehen es jetzt oft aus dieser katholischen Sicht, da haben wir die ökumenische schon betrachtet, wie das letztens die katholische Religion auch irgendwo dann beliebig macht und irgendwo verwässert, ihr dieses eigene Profil nimmt. Aber genauso ist es hinter all diesen ökumenischen Bestrebungen, die auf den ersten Blick sind die alle schön. Hey, wir sind alle gleich und die Religionen sind gleich. Ja, ja, ich bin auch dabei, ich bevorzug keine über die anderen. Aber durch diese Gleichmacherei verlieren wir halt auch die Vielfalt. Das ist das Entscheidende. Genauso wie du es gesagt hast, ist es ja dann auch so, dass dieser Patsche Ammerkult, der dem Menschen im Amazonas gehört. Das ist deren Ding und wir können davon lernen und so weiter. Kein Problem, aber der wird hier vereinnahmt, die Gefahr droht. Und das ist am Ende, was vielleicht bleibt. Das ist, wo man finde ich erkennt, also es ist meine Interpretation, dass dieser Herrschaftsanspruch nie aufgehört hat. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es war ein Jesuit, der die Urknalltheorie erfunden hat, so hat man immer noch einen Fuß in den Wissenschaften drin. Und ihr wisst, Urknalltheorie, das ist auch eine Brücke hin zu Darwinismus, dieses Konzept, da hat man immer noch einen Fuß in dieser neuen wissenschaftlichen Weltsicht, die auch eine Art Religionsersatz ist, da ist man drin. Und es ist auch dieser Herrschaftsanspruch, der zeigt sich aus meiner Sicht auch in dieser Ökumene, weil ja, alle Religionen sind gleich und alle haben auch ein Stück weit Wahrheit in sich, aber trotzdem ist es doch irgendwo diese Idee, das wie eine Krake zu vereinen haben. Ja, alle Religionen sind gleich, aber wir sind am Ende trotzdem der Papst und wir sind Rom. Also diese Sorge habe ich sagen, es muss immer alles schön gleich sein. Es gibt halt Unterschiede und akzeptiert du doch einfach und finde ich viel großartiger dann eben diese Vielfalt der Welt wahrzunehmen und du kannst von allen möglichen Dingen dich inspirieren lassen als jetzt da so einen großen Einheitsbrei irgendwie kreieren, wo dann einfach gar nichts mehr im Profil hat. Ist ja auch interessant, Südamerika hatte ja nicht nur diese Indiokulturen, diese damit meine ich primitiven Kulturen, das meine ich jetzt nicht abwertend, primitiv meine ich von ihrer Technologie, also klar, die da im Amazonas leben, haben einfache Hütten und leben da ganz einfach, aber es gab ja auch technologisch hochentwickelte Kulturen wie die Inka oder in Mittelamerika, Azteken, Maya und so weiter. Die Spanier und die Kirche, die haben ja auch deren heilige Schriften vernichtet, deren kulturelles Erbe zerstört, aber sicherlich auch aufgesogen und welches Wissen hat die Kirche vielleicht auch von den Inka aus Peru, auch aus dieser Amazonas Region, dort gab es ja auch die Pachamama, das war ja nicht nur bei den Indios eine Gottheit, sondern das ist eine südamerikanische Gottheit und was wissen die eigentlich in der Kirche darüber und wieso wird jetzt dieser Kult dann in dieser abgeänderten Form dort im Vatikan so eingeführt. Fragen über Fragen, Forschung, Gegenstände über Forschungsgegenstände aber ich muss das einfach so sagen, ich finde das alles total beachtlich und merkwürdig und nicht so wie man das jetzt vielleicht im normalen Fernsehen sehen würde da wird das mal berichtet und dann kommen mit den netten Indios zum Papst und dann rauchen sie die Friedenspfeife da wird Weltpolitik gemacht genau so ist es und es klingt immer so auf den ersten Blick so gut ja hier Ökumene zusammenkommen aber wie gesagt zum einen kann ich die konservativen Katholiken verstehen die sagen hey diese ganze Ökumene die nimmt uns doch unsere Identität dann sind wir auch beliebig dann braucht es uns auch nicht mehr aber noch viel entscheidender weil um die Katholiken mache ich mir nicht so sehr Sorgen aber diese kleinen Völker und Kulte und Kulturen möchte ich eher sagen als Kulte Kulturen die liegen mir sehr am Herzen so und die sind viel mehr bedroht weil da kommt wieder diese Molloch-Symbolik die du auch vorher so schön herausgearbeitet hast der Molloch ist ja genau der der alles aufsaugt der alles verschluckt irgendwie so und letzten Endes dann zu einem Einheitsbrei macht genau das ist diese Symbolik die herauskommt nach außen ist es total schön Ökumene und ja wir respektieren die Kulturen aber I doubt it ich glaube euch nicht ich habe noch einen letzten Punkt und dann sind wir für heute fertig da auf dieser Amazonas Synode wurde auch darüber diskutiert eine neue Sünde zu definieren es gibt ja ganze Sünden Kataloge was ist alles sündhaft und zwar im Kontext mit der Umweltzerstörung der Abholzung des Amazonas Regenwaldes und so weiter und so fort etwas was ich auf den ersten Blick toll finde und auf den zweiten nicht mehr und zwar gibt es die Überlegung eine Sünde eine ökologische Sünde einzuführen also das ökologisches Fehlverhalten dann aus katholischer Sicht eine Sünde ist natürlich erstmal unterschreibe ich klar die Natur muss erhalten werden der Regenwald darf nicht abgeholzt werden und 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 ich bin gegen Umweltzerstörung ich bin ein ganz ganz großer Verfechter von Umweltschutz Umweltschutz aber das findet 2019 statt und das ist die Zeit wo wir die Klimabewegung haben denn ich bin kein Verfechter von Klimaschutz ja das wissen auch viele scheinbar gar nicht mehr es gab früher mal Umweltschutz und Umweltschutz da bin ich immer damit dabei natürlich wir müssen verhindern dass die Tiere aussterben und der Regenwald soll nicht verschwinden und das ist hier wir sitzen hier auf dem Floß das dürfen wir nicht abbrennen weil dann haben wir kein Floß mehr aber ich frage mich dann auch ähnlich wie diese Aufweichung des Zölibats und was steckt dann dahinter und haben wir dann erstmal die ökologische Sünde also ökologisches Fehlverhalten zur Sünde gemacht wann wird das dann mit Klimafragen verknüpft und wann wird uns auch auf diesem Wege ein Verhalten vielleicht näher gebracht was dann klimakonform ist und diesen Gruppierungen dient und welche Interessengruppen verfolgen das und am Ende ist es doch wieder so dass so ein ganz altes Narrativ was die Kirche schon immer benutzt hat als aus meiner Sicht ein Narrativ was den Menschen eben niedrig hält um Herrschaft zu unterstützen ihr seid Sünder und schon kann man das jetzt auch wieder anpassen an diese moderne Welt ja okay jetzt sind wir nicht mehr Sünder wegen Sexualität es ist egal heute ist auch Homosexualität ist cool oder was auch immer so da macht man mir ein Fasser auf aber ihr seid immer noch Sünder weil jetzt kommt das über diese ökologische Karte ist einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen und das wird begrüßt und na schön jetzt sind wir viel liberaler aber es ist immer noch das alte Narrativ was durchgedrückt wird so wie ich es vorhin gemeint habe dieses Konzept von Anfang und Ende dieses heilsleere Konzept das wird in die Naturwissenschaft reingedrückt das ist schon passiert im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert und hier ist es auch wieder so ein Beispiel so dieses Konzept von der Mensch ist ein Sünder der Mensch Schädling der Schadmensch der dann wiederum Befreiung braucht der dann wiederum Gnade braucht von irgendwelche von irgendwelche Obrigkeit das ist das ist genau dieses alte der alte Trick der jetzt einfach nur wieder angepasst wird man stellt sich neu auf so ist dann der Glaube fürs 21. Jahrhundert aber Freiheit kommt dort kam damals nicht und kommt heute auch nicht zumindest von dieser Macht von diesen Macht Aspekten von Religion und jetzt ganz zum Abschluss greife ich mal hoch in mein Bücherregal nur mal so als Beispiel weil nach dieser Sendung kann der Eindruck entstanden sein oh mein Gott das ist jetzt ein ganz schlimmer Katholiken oder so das ist Amselngrün das ist ein Mönch der spirituelle Bücher schreibt und den finde ich rattenscharf richtig gut und das ist für mich ein guter Katholik und das ist für mich ein Katholik der der in einer mystischen Tradition steht und in keinster Weise so mit dieser Großpolitik in Verbindung steht es fiel mir nur gerade ein das wollte ich einfach auch nochmal so zeigen dass ich mir auch dessen im Klaren bin was für tolle Leute es in diesem großen Dachverband katholische Kirche gibt aber wie gesagt eineinhalb Milliarden zwei Milliarden Menschen oder so das sind Katholiken ich weiß nicht genau aber das ist die größte Religions Gruppe umso wichtiger ist es dass das auch so eine Kritik geübt wird wie wir das heute tun denn wie du schon sagtest das ist eine riesige Menschen Gruppe die dort unter diesem Dach vereint ist und da muss man doch schon mal ganz genau hinschauen was die Führung da macht und wenn die jetzt irgendwelche Schlangentempel artigen Gebäude baut und Kunstwerke in Anführungsstrichen wo die Atombombe im Garten geht Seemann explodiert und Pachamama als entstellte Indianergöttin wird da eingeführt merkwürdig also liebe Leute wir sind am Ende angelangt dieser Sendung es kommt der Standardtext wenn ihr unsere Arbeit gut findet wenn ihr uns mit Spenden finanziell unterstützen möchtet zur Weiterentwicklung unserer Formate unten findet ihr in der Videobeschreibung die Links dazu ansonsten wer die Sendung bei Frank geschaut hat bitte schaut auch meinen Kanal an weil da kommen Sendungen die werdet ihr bei Frank nicht mit mir oder Gästen bei mir das ist nochmal was anderes und umgekehrt wer das jetzt bei mir hier entdeckt hat und Frank Stoner noch nicht kennt Frank Stoner eine wandelnde Institution schaut euch seinen Kanal an Frank und frei da gibt es nämlich auch richtig tolle Sendungen wo ihr mich nicht enttragen müsst sondern Frank im Solo genießen dürft und wo einfach toller Stuff kommt und dazwischen gibt es immer unsere Kooperation die politischen Anomalien oder Reaction Videos und schaut rein in dem Sinne liebe Leute ich verabschiede mich für heute Ciao Charles war mir wieder eine Freude mit dir das zusammen zu machen zwei Teile Vatikan wir hätten noch viel mehr vielleicht muss man auch noch mehr Teile machen aber es ist auch klar weil wir reden über 2000 Jahre Geschichte ich meine da sind so viele Dinge passiert aber aber ich glaube wie so oft haben wir auch haben wir auch jetzt wieder geliefert also du du hast auch viele Themen auch reingebracht auch wieder super Bilder Aspekte die vielleicht noch nicht schon ganz so oft diskutiert wurden wie andere Bereiche und ja war wieder echt eine Freude und eine Inspiration auch für mich und auch ich werde das eine oder andere erstmal wieder sacken lassen müssen und war gutes gutes Futter für den für den wissenshungrigen Menschen sehr stark absolut in dem Sinne jetzt liebe Freunde zum zweiten Mal von meiner Seite Ciao bis bald haben wir uns raus wir sind zu spät hier Feierabend